Einmal bin ich ins Studio reingelaufen und sagte so, «Wow, hast du irgendeine Zwiebelnbrötchen gegessen?» «Ja, gehst du oben.» Ich so, «What?» Aber es hat wirklich so geschmeckt, es hat so geschmeckt, als wäre es Zwiebelnbrötchen in diesem Moment. Ausgepackt worden. Ausgepackt oder fünf verschiedene, so rumgedreht. So, ey, füllen wir an! Ja, ich glaube, es passt alles, oder? Ja, ich komme nie draus, bei welchen... Hast du gemerkt, wie ich schnell den Schlag anfangen kann? Bei welchen Kameras rote Lämpchen leuchten? Ich komme nie draus. Ich sehe einfach eins rot. Genau, bei denen leuchtet das Rote, bei den anderen einfach nicht. Das ist gut, es ist nur dir scharf. Ja, für dich natürlich, ja, 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 ja. Für meine Sonnenbrand... Jetzt kommt ein alter Fernsehprofi. «Alt vor allem! Und Fernsehprofi! Einen Satz gut!» Alle drei Wörter sind sehr hochgestochen. «Alt, Fernseh...» «Hey, hey, hey!» «Aah!» «Ich glaube, man hat schon angefangen. Soll ich noch klatschen? Zur Sicherheit?» «Ja, ja, aber das...» «Alt, Fernsehprofi! Einen Satz gut!» «Alt, Fernsehprofi! Einen Satz gut!» «Alt, Fernsehprofi! Einen Satz gut!» «Also das mit dem Wetter ist bei mir eben so eine Sache, ja. Grundsätzlich ist es immer, wenn schönes Wetter ist, habe ich wieder Drang, ich muss etwas draussen machen. Vielleicht so einen Zwang, ich weiss es nicht. Und immer so, also meine Wochenpläne, wenn ich frei habe, ist es meistens so, es ist schönes Wetter, dann gehe ich in die Berge oder sicher raus. Und was grusiger ist, kann ich auch alles andere machen. Aber wenn es schönes Wetter ist, habe ich immer so gewusst, es ist wie ein verlorener Tag, wenn ich dann nicht irgendwie rausgehe oder so. Aber jetzt diese Woche, ähm, nein, also gestern hatte ich frei und heute... Also ich kann immer, Dienstag oder Mittwoch ist in einem Fall mein freier Tag und wenn ich mich auf meine Spiele oder Sachen vorbereite, das ist so ein bisschen abhängig davon, wie ich gerade plane oder so. Und darum, als du dann gefragt hast, kannst du Mittwoch, habe ich zuerst den Wetterbericht gecheckt?» «Ja.» «Du weisst, die leidige Diskussion! Und dann bin ich halt, ja, und dann muss ich sagen, nein, nein, ist gut, Mittwoch passt. Aber sonst, ja.» «Also war jetzt heute doch noch Piste-Wetter gewesen?» «Ja, durchaus, ja.» «Wirklich?» «Ja, also es ist ja schon ein Meter, wieso nicht?» «Weil Mai ist.» «Ja, aber Mai kannst du bis Mitte Juni, je nachdem, welcher Höhenlage...» «Also, kannst du Skitüren, Skifahren kannst du jetzt nicht mehr aus dem Gletscher, von dem her.» «Ah, eben.» «Nein, nein, aber es ist...» «Du wirst dann einfach mit dem Ski von A nach B...» «Laufst du hoch, genau, oben, ziehst du Ski ab und fährst wieder runter.» «Ich habe mir so gedacht, bevor ich hierhin gefahren habe, ich habe so gedacht, man kann doch nicht mehr Skifahren, wenn man Höhe schnappen hat.» «Ich habe fucking Höhe schnappen, alle Zeichen gegen Schnee, weisst du?» «Nicht hat mit Schnee zu tun.» «Nein, es ist echt so, keine Ahnung, irgendwie so das Winterkind in mir drin, das gerne auf die Pische geht.» «Ich finde es ja auch geil, ich bin ja zum ersten Mal nach hinten...» «Das stimmt, du hast es gesehen.» «Hast du dich gut geschlagen, oder?» «Hast du es gefunden?» «Ja, es gibt weiter schlimmere Bilder auf der Ski-Piste, die man antreppen kann.» «Ja, es ist so schlimm, wie man im Kopf das Gefühl hat, wie es aussieht.» «Wie man nachher dann sieht, wie es aussieht, oder?» «Also, ist es im Kopf noch schlimmer gewesen?» «Nein, im Kopf habe ich das Gefühl gehabt, wie ich da so...» «So grazil die Piste...» «Durch dreischwing, ja.» «Und als ich es dann gesehen habe, dachte ich, so gut sieht es doch nicht aus.» «Aber ja, auf jeden Fall war ich zum ersten Mal auf der Ski-Piste, also Skifahren, nach 15 Jahren oder irgendwas.» «Und ich habe genau gewusst, es wird mir dann wieder Spass machen, wenn es dann mal so weit ist.» «Aber ich habe das...» «Es ist wahrscheinlich schon, wie man aufwächst und...» «Ja, mega!» «Also, ich glaube...» «Du hast ja den Schnee vor der Hütte, immer.» «Ja, also...» «Das ist ja die schöne Geschichte, oder?» «Eigentlich bin ich ja Basler.» «Ich bin ja in Basel geboren, meine Mutter ist Basler.» «Kleine Seite-Info...» «Oh ja...» «Baselditsch, Baselditsch!» «Wo du zur Energie gekommen bist...» «Hätte nicht der Gysi noch angesteht, oder?» «Mhm...» «Der Eva.» «Ah, der Eva.» «Genau, dann hat Eva gesagt, ähm... «Ja, das ist super, weil da haben wir nochmal eine Basler-Stimme, bei einem Basler-Radio.» «Wenn kommst du so...» «Hey, ich weiss nicht mehr, was du da geschwätzt hast.» «Es ist so ein Mix zwischen Berndeutsch und Baseldeutsch, so...» «Das ist so, weil...» «Aber die Menschen...» «Die Menschen Städter haben ja das R hinten.» «Mhm...» 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 «Dialekt hast du vorne, also das kannst du schon wie nicht...» «Genau, dann ist es schon vorbei.» «Es ist dann eigentlich schon...» «Ich glaube, es würde es irgendwo im...» «Keine Ahnung...» «Basuland oder irgendetwas...» «Es sind alle schon so gesehen...» «Nein...» «Nein...» «Genau...» «Aber dann ist ja die Trendwende gekommen...» «Es ist ja...» «Es ist egal, wie du schnurrt, du könnt weiter weit.» «Ja!» «Jetzt rede ich wieder Berndeutsch, genau.» «Nein...» «Ja, die Baseldeutsche ist wirklich sehr...» «Es ist äh...» «Spezierig.» «Ja...» «Ja, auf jeden Fall...» «Bist du eigentlich Basel.» «Ja, genau...» «Aber zu früh aufgewachsen...» «Und...» «Da steht bei Atoboden...» «20 Minuten bist du reihe aus dem Alp...» «Ähm...» «Halt mit Ski aufgewachsen...» «Ja» «Und...» «Also ich habe mir geschootet und...» «Bei Ski gefahren...» «Und...» «Und...» «Imgangssch...» «Hab ich mich entscheiden, was ich jetzt...» «Besser machen...» «Oder lieber machen...» «Hab ich dann für das Schooten entschieden...» «Aber ich glaube, anscheinend auch nicht so viel besser gewesen...» «Am Schluss redest du einfach drüber.» «Ja...» «Wieso nicht?» «Also, Ben...» «Es ist halt...» «Du schaust ja gerne...» «Du hast noch so das Gefühl...» «Du weisst noch ein bisschen, wie es sich anfühlt...» «oder wie der Ball um Fuss ist...» «oder wie schwierig das ist...» «Und dann...» «Ja» «Es war klar...» «Also schlussendlich...» «Es ist daraus nicht entstanden, dass ich jetzt...» «Also als Fussballmoderator oder so...» «Das ist nicht aufgrund von dem...» «Ich glaube...» «Daraus entstanden...» «Es ist nach dem Gymnasium das Gefühl...» «So...» «Und dann ist mir aufgefallen...» «Ich mache gerne Vorträge...» «Ja» «Also habe ich mir dann überlegt...» «Was ist ein Beruf, wo ich Vorträge machen...» «Und dann ist es halt irgendwie...» «Richtung Medien gegangen...» «Genau...» «Und Lehrer wollte ich nie werden...» «Stand-up-Comedian...» «Nein...» «Nein...» «Der halt...» «Der Vortrag...» «Ja...» «Ja...» «Anders...» «Es ist schon klar...» «Mhm...» «Aber ja, eben...» «Von dort kommt halt...» «Wenn nicht...» «15 Jahre nach...» «Ja...» «Ja...» «Ich glaube...» «Aber jetzt nächstes Winter gehst du wieder...» «Jaja...» «Also wenn...» «Wenn es möglich ist...» «Aber es sollte möglich sein...» «S sollte möglich sein...» «Weil weisst du...» «Für mich ist ja dann eben auch mit einem völlig anderen Aufwand...» «Verbunden...» «Gesehen...» «Und eigentlich immer noch...» «Weil ja...» «Klar...» «Material musst du mieten...» «Gewisse Sachen...» «Ich verstand zum Beispiel...» «Irgendwenn eigene Skischuhe haben...» «Macht mal Sinn...» «Aber effektiv...» «Ski...» «Je nachdem, wo du sie deponieren...» «Ja...» «Aber wenn du sie immer mitnehmen...» «Irgendwie...» «Auf dem Dach...» «Oder...» «Im Zug...» «Also weisst du...» «Ja...» «Es ist halt...» «Es ist halt das Material...» «Also ich glaube...» «Schlimmer ist nur noch...» «Keine Ahnung...» «Irgendwie...» 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 «Sonst...» «Weiss ich es nicht...» «So...» «Das heisst...» «Das Material ist das Einte...» «Bloss...» «Wenn du jetzt nicht irgendwie...» «Ferienhäuser hast...» «Näume...» «Dann musst du das ja noch planen...» «Mit wem...» «Und...» «Dann merkst du auf einmal...» «Ski-Pass...» «Es hat eben...» «Sehr viel Aufwand...» «Mit sich...» «Für das ich eigentlich...» «Sehr gerne schlitteln...» «Und schlitteln ist viel einfacher...» «Ja...» «Das ist das Gefährlichste...» «Ich weiss...» «Das ist das Gefährlichste...» «Das habe ich immer...» «Meine Ausrede gesehen...» «Ganz früher...» «Hit es in...» «Theatervertrag...» «Hit es wirklich noch die Bedingung drin...» «Dass man nicht Wintersport macht...» «Okay...» «Also einfach, dass du das nicht für ein ganzes Programm ausfährst...» «Ja...» «Weil halt...» «Wenn du Ensemble-Mitglied bist...» «Vor allem...» «Weisst du...» «Wenn es jetzt nicht gerade ein riesen Theaterhaus ist...» «Wenn man noch irgendwie...» «Ersatz...» «Schauspieler...» «Eine kann haben...» «Wenn dann einfach...» «auf Abruf...» «Einfach reingekommen...» «Genau...» «Zweite Besetzung...» «So...» «Wenn das nicht hast...» «Du bist so ein...» «Grösseres Kleidtheater...» «Dann ist es halt...» «Mit denen sechs Menschen...» «Im Ensemble...» «Mit denen zehn...» «Muss man einfach rechnen...» «Für die ganze Saison...» «Dann ist das früher sogar vertraglich noch drin...» «Dann irgendwann haben sie gemerkt...» «Das kannst du ja nicht mehr machen...» «Und das war so...» «Und das war wie eine Empfehlung...» «Übrigens...» «Vielleicht...» «Gaust du nicht auf die Ski...» «Und ich habe das immer...» «Eine super Ausrede gefunden...» «Dass ich ja auch nicht...» «Ich bin natürlich so geschädigt...» «Vor Skilager und solche Scheisse...» «Wenn ich einfach Katastrophe gefunden habe...» «Und ich habe dann immer so gesagt...» «Nein, nein, ich darf nicht...» «Weil ich bin ja Schauspieler...» «Weisst du...» «So...» «Aber beim Schlitten bin ich...» «Dann kannst du ja...» «Dann kannst du ja...» «Alle Knochen gleichzeitig brechen...» «Genau, ja...» «Also...» «Ich bin ja ein bisschen vorgeprägt...» «Mein Papa hat aber so...» «Winterstatistiken gemacht...» «Wass so...» «Wass so...» «Wass so...» «Wirklich?» «Wie viele Knoe...» «Wie viele Köpfe...» «Was auch für Knochen...» «Ist das ein Job?» «Nein, also mein Papa war Arzt...» «Aber er hat das...» «Ah, und er hat das so eine Statistik gemacht...» «Okay...» «Wer er halt eben im Spital...» «Wer halt halt mega viel...» «So zu herausfinden für die Forschung...» «Was ist so häufig...» «Und so...» «Und so...» «Jaja, Ski...» «Snowboard...» «All ist in Ordnung...» «Gut eigentlich nicht schlitteln...» «So, aber darum...» «Nein, aber...» «Ja, Schlitteln...» «Warum hast du Skilager schlecht gefunden?» «Ähm...» «Skilager ist doch das Größte...» «Also...» «Ja...» «Also...» «Also...» «Klar, ich denk schon...» «Bassentanz oder Zeitungstanz...» «Die Größten...» «Jugendlager-Geschichten...» «Lager...» «Lager...» «Sie...» 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 «Finden...» «Ein Peach da so...» «Naja...» «Ike das good, wie tun wir denn...» «Daha ich nicht...» «Kommos, was traiert war...» «Schau이가 Mette...» «Jaggah...» «Aber...» «Dann ist...» « necessary...» «Sie...» «Im...« «Sie...» «去...» «Sie...» «Dann Glauben...» «Wenn ich...» «Sie...« «…» «Se Oops...» «Komm mimming...» wenn du den Helm noch siehst, weil es so dicht ist, ja, dann gehen die halt. Aber alle anderen sind doch so... Ja, schon. Also nichts gegen Schönheit erfährt. Also eben, wir sind ja jetzt heute, es ist jetzt das Gleiche. Ja. Ich habe gefragt, kommst du heute? Ja, je nach Wetter. Also, gut, eine Skitürle ist doch etwas anderes. Ja, ja. Es gibt natürlich nicht wegen dem Risiko, wenn es schlechte Sicht oder Lawinenverhältnisse sind oder so. Es ist quasi, also Skitürle ist ja quasi Wandern mit Ski. Ja, ausser, und das ist eben, das versuche ich immer an, die sagen, ja, nein, ist E-Türle lieber nicht, aber Wandern würde ich mega gerne. Ja. Aber das Coole ist, weil du... Kommst weiter, schneller. Ja, weil du kannst all die Zeit, wo du im Wandern hochlaufst, musst du etwa gleich oder vielleicht eine halbe Stunde weniger oder so, je nachdem, wie schnell du runterrennst. Ja. Aber es ist ja äquivalent. Also du hast fünf Stunden hoch und vielleicht vier und halbe Stunden runter. Ja. Aber im E-Türle hast du fünf Stunden hoch und vielleicht nur eine halbe Stunde oder eine Stunde runter. Das heisst, du kannst noch viel die gellere Berge machen, weil du immer noch rechtzeitig zurückkommst. Ja. Das ist so die Überlegung dahinter, oder? Ja, ist ja geil. Aber, äh, ja, ich weiss auch nicht, es ist irgendwie... Also es ist... Also es ist... Ja, es ist irgendwie schon angefangen. Wenn du so viel Ski fährst, ist es irgendwie schon so, was machst du noch dazu. So. Und ich habe dann noch angefangen, Telemerkler, also da immer mit dem Ausfallschritt, wo du knickst. So ist es immer früh in den Ski gefahren. Und dann hast du irgendwie die Skitürchen dazukommen. Das sieht ja unglaublich beschert aus. Nein, ich finde es unglaublich grossartig. Ich muss... So einen Ski-Tag, ich muss mich dann nicht mehr bewegen. Ich habe dann das Fitnessprogramm absolviert, oder? Das glaube ich. Nein, und es ist einfach immer so obendrauf gekommen. Und du kennst so die Skitage, wo einfach irgendwie das Skigebiet aus allen Näht platzt und du überall musst anstehen. Ja. Also die Skitürchen, die ich sehe wie Nameisenhaufen. Und dann ist halt die Skitürchen schon kühler. Du musst vielleicht nicht ganz so vollgestopfte Pisten befahren, sondern du musst die eigene Wege wählen, genau. Also das ist... Ja, ja. Aber... Ja, nein, irgendwie muss ich das schon mal loslassen mit dem Winter. Das ist immer so. Aber es gibt so einen Tag bei mir, wenn ich weiss, das ist jetzt der letzte Tag. Das ist so der letzte... Das ist die letzte Tour oder der letzte Tag. Das ist mein letzter Café-Melange, den ich trinke. Das ist aber noch nicht jetzt. Nein, und dann kann ich so richtig... Okay, jetzt ist es abgeschlossen. Dann ist es so... Aber es... Ja, kann ich... 13, 14. Mai habe ich noch frei. Und wenn es ein schönes Wetter ist und vielleicht noch der andere Pass aufgeht, dann mache ich eben dann das letzte Türchen. Aber eben, das ist schon... Seit ich dich kenn, ist es immer so gesehen, im Herbst... Ich glaube, der erste Schneefall irgendeinem. Und der andere ist auf der Ski. Ja, gut. Und danach hat irgendwie... Wenn ich schon in der Badhose im Rhein bin, sehe ich noch Posts von dir wieder eingetrieben. Auf so einem Pflotschgipfel. Ja, muss man schon sagen, es sind natürlich noch nicht mehr die grossartigsten Erlebnisse im völlig aufgeweichten Schnee. Letztes... Da... Vor einer Woche oder so bin ich gegangen, dann ist es schon vom Gipfel oben ausgesagt. Scheibe, es hat gar nicht bis ganz runter Schnee. Ja, logisch. Und dann bin ich eigentlich mit den Skischuern noch eine Stunde den Wanderberg abgelaufen. Ja. Also es gibt Schöneres. Aber irgendwie ist es gleich noch... Das sind dann die Erlebnisse, die er geblieben hat. Das ist irgendwie gleich noch cool gewesen. Aber es ist eigentlich so... Ja, es ist dann so nicht mitgegangen, ja. Und dann... Aber Sommer... Lassst du dann nicht... Gehst du dann nicht irgendwie noch auf die Gletscher... Ah, nein. Gehst du da die Skifahren? Nein, so krass ist es schon nicht. Also finden einige... Eben, egal, man geht gerne in die Berge. Das kann im Sommer sein. Ja. Gehen wandern oder so. Ähm, ich weiß nicht. Also mal in der Heute-Übernacht oder so. Aber dann im Sommer irgendwie noch auf die Gletscher. Nein. Ich finde ja... Das ist schon noch so. Das machen auch die Skifahrer, die müssen ja in der Schule trainieren. Aber für mich ist es dann im... Irgendwann will die auch ein bisschen Sommer haben. Eben, weil ich finde ja Jahreszeiten an sich noch geil. Ich finde, sie gehen einfach immer zu lang. Also weisst du... Es ist so. Ich finde Winter finde ich voll easy. Aber nicht gefühlt vier, fünf Monate. Sondern so einen. Weisst du, so einen schönen... Der Dezember ist meistens geil. Wirklich so einen schönen, schneereichen Dezember oder ein bisschen Januar. Und dann ist es gut. Und dann Frühling. Ohne Pollen am besten. Und dann... Und dann kann es... Aber Frühling... Doch, wenn alles gleich lang wäre. Aber halt einfach kürzer. Dann würde ich ja gar kein Jahr ausfüllen. Nein, ich sage ja. Dann ist es halt ein Jahr, vier Monate. Du musst halt irgendwie schauen. Dann wird dich noch schneller älter. Dann wird dich noch schneller älter. Dann wird dich noch schneller älterer Fernsehprofi. Dafür sind wir dann alle 300 Jahre alt. Schlecht, ich habe es irgendwo mitbekommen. Was ist Südkorea? Oder irgendwo, wenn du in Südkorea auf die Welt kommst, bist du schon eins. Weil sie die neun Monate zurechnen, die du im Buch schon bist. Ah, wirklich? Und jetzt... Aber das macht eigentlich noch Sinn. Ja, aber es ist für sich völlig gaga international. Das heißt, sie sind auch ein Jahr älter. Oder eben nicht im Vergleich zum Besten. Und jetzt, weil sie es, glaube ich, anpassen, das heißt, die ganze Bevölkerung wird dann ein Jahr jünger. Auf einen Schlag. Aber ich merke ja, ich meine, wir sind jetzt nicht so alt. Aber ich merke trotzdem, wir sind in einem Alter. Ich weiss zum Teil nicht mehr, wie alt ich bin. Weisst du? Du bist so wie nicht mehr ganz... Ja. Du bist so, warte, wie lange bin ich jetzt? Zwei, drei, vier... Einmal habe ich gesagt, ich bin 36. Und dann so fünf Minuten später gesagt, nein, sorry. Und du hast vor allem mal gefragt, ich bin voll nicht 36, ich bin 34. Das ist so. Ja, einfach so. Was ist das für ein random Typ? Der weiss nicht mal, wie alt er ist. Das ist für ein komischer Dude. Was ist das sein Problem? Okay. Aber ja. Nein, aber bei den Jahreszeiten... Also ich bin mehr so... Für mich braucht es die Übergangsjahreszeiten. Die habe ich aber gerne. Was? Frühling und Herbst? Ja, und die haben wir ja nicht mehr. Die gibt es ja nicht mehr. Ja, schon noch ein bisschen. Ja, jetzt das Jahr, habe ich gefunden, ist zum ersten Mal wieder spürbar, dass du wirklich so warme Tage und gleich noch kalte Nächte und so. Sonst, in den letzten Jahren, sind wir so gesehen, wir haben Winter, hey Winter. Und dann haben wir uns Sommer. Und jetzt ist Sommer. Ja, aber das ist ja super. Jetzt gut. Also, okay, Frühling ist... Also, ja, es ist mega schön mit den Farben und Sachen und Sachen, gerade wenn du draussen unterwegs bist, aber so viel Nebeldäge. Und es ist so ein Mix zwischen... Was willst du mit dem? Hey, dann muss ich... Drusig, Regen, noch kein Schnee... Dann musst du in den Schwarzwald go wellnessen. Das ist der Shit. Alter, dann siehst du alle die Tannen, die so vernebelt sind und du bist in irgendeinem... In einem warmen Sprudelbecken. Und du bist, genau, in irgendeinem in irgendeinem Nabeldampfding. Das ist baldklich. Okay, merke ich mir. Falls ich in Erbsdepression lande. Genau. Ich schicke dir mal ein paar Orte. Super. Und ich schicke dir auch Daten... ... wo du nicht der bist. Du, du... Du... Du, du, du... Ich würde auf keinen Fall zu Hause. So awkward, so... Oh fuck, Muttsbecher in dem gleichen Pool. Nein. Ich würde auf keinen Fall zu Hause auf einmal mit seinem Speedo umgekommen. Ja, einfach so geile, eine so enge Badtaschen. Nach dem Studio... 1 Stunde, 1 Stunde, 1 Stunde! Ich weiss gar nicht doch stehen. Was? Doch stehen. Nein. Also nur aus diesem Grund. Wenn du mit deinen langen Board Shorts oder Neoprene wachst, gibt es riesige Rümpfe und es ist riesig unbekommen. Aha, ich bin immer Freeballing reingegangen. Ah, okay. Ich bin direkt reingegangen. Ich gehe einfach so ab. Das ist meine zweite Haut. Ich bin einmal tauchen. Aber das ist auch nicht so für mich. Das ist nicht so. Du tauchst auch noch? Ja, aber das ist nicht so ein Hobby-Sporttaucher in der Serie. Das ist megacool. Ich mache es mega gerne. Sporttaucher? Ich weiss nicht, wie man das sagt. Hobby-Sporttaucher. Keine Ahnung. Bist du für diejenigen, die den Ring im Pool zusammensuchen? Ja, genau. Oh mein Gott. Nein. Es gibt ja noch die Tech-Toker. Also die, die bis auf 60 Meter runtergehen und drei Flaschen nach hinten bampeln. Ja, ja. Und die unterscheiden sich, glaube ich, schon so bewusst von dem, der in den Ferien solche Flaschen nach hinten schnallt und dann lacht. Und Korallen anschauen. Genau, genau. Aber, äh, ja. Also einfach, wie es passt. Ja. Ich glaube, ich werde irgendwann so ein Easy-Schnarchler. Ja. Weil ich finde es schon toll, solche Sachen unter Wasser anzuschauen. Ja. Aber mit einem Tank und keine Luft haben. Also, du hast gesagt, du bist einiges wann gegangen oder was? Oder was hätte ich abgeschreckt? Ah, meine absolute Klaustrophobie. Ah, okay. Was? Hast du auch Platzangst? Was? Hast du es nicht gewusst? Nein. Wirklich? Nein. Doch. Okay. Und es äussert sich in, ähm… Darum ist das Studio hier so gross. Jetzt komme ich erst raus. Ja, logisch. Bei deinen Comedy-Programmen müssen eine gewisse Größe an. Christoph hat eigentlich eine Telefonkabine mieten können, weil die braucht es ja nicht mehr. Und dann hat Swisscom gesagt, ab jetzt kann man die für Privatgebrauch mieten. Und Christoph hat schon unterschrieben, für irgendwie 50 Franken im Monat, dass er so eine gab. Und das Podcaststudio hatte Platz gehabt. Da habe ich gesagt, nein, du musst 50 Mal mehr zahlen für diesen Raum, damit ich mich wohl fühle. Nein, ähm, 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 ich habe Platzangst im Sinne von, ähm, Lift geht. Ich kann schon in einen Lift rein, aber darf einfach nicht stecken bleiben. Okay. Dann ist es nicht geil. Okay. Ich muss einfach immer das Gefühl… Du musst irgendwie einen Ausweg haben. Genau. Ich muss immer das Gefühl haben, ich kann mich irgendwie bewegen. In einem Flugzeug ist es zum Beispiel auch easy, weil es einen Gang hat. Ja, genau. Also es ist halt wie ein Bus oder keine Ahnung was. Nur ungeil ist im Flugzeug, wenn du dann schon gelandet bist… Ah, und alle stehen auf. Und du wartest und es gehen keine Türen auf und alle stehen und so. Dann habe ich ein bisschen… Aber nicht schlimm. Das finde ich die Geilste. Die, wenn er… Komisch gelandet. Ja. Und dann stört sie so. Und dann haben sie eine Woche lang Nackenweh und sagen, ah, irgendwie… Irgendwie habe ich falsch geschlafen. Scheiss Hotelbett. Ne, das ist… Also… Ich meine, du kannst eh nicht schneller raus, als ich vorhin das Loch auf dich… Und dann musst du eh aufs Gepäck warten. Ja. Und dann musst du eh aufs Gepäck warten. Und dann musst du mit Handgepäck sein. Verständlich. Das heisst dann, ja, du bist jetzt 15 Meter unter Wasser oder was auch immer. Mhm. Und… Du kannst nicht aufs Gepäck. Nein, es ist… Du musst… Langsam und stetig… Und halt eben, das sind alles so Sachen, die müssen ein bisschen… Und, ähm… Und das… Ich weiss nicht, ob das zusammenhängt mit Kleistrophobie, aber halt irgendwie so die Angst zu versuchen, blablabla. So. Und dann sind wir in Thailand. Mit dem Kollegen Adi. Und… Was haben wir gesehen? Ähm… Koh… Koh Samui. Nein, nein, nein. Sondern Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao. Mhm. Die kleinste von diesen drei. Ich kenne mich ja nicht. Ich war noch nie in Thailand. Wirklich? Nein. Hey, falls man einen Experten hier hat… Ja, ja, das ist schon gehört. Das ist… Es war gerade drei Wochen, ja. Der Christoph hat fucking drei Wochen in Thailand gemacht. Bist du auf Koh Tao gesehen? Das mal nicht. Aber auch schon in Koh Tao, früher noch mal, ja. Ja. Genau, so kann man es sich merken. Koh Tao. Oh, okay. Oh mein Gott. Ähm… Auf jeden Fall, auf Koh Tao, da kannst du irgendwie halt auch die, 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 die Kurs machen und was weiß ich. Und Koh Tao sind wirklich kleine, wunderschöne Inseln. Mhm. Wo du auch hundertprozentig Inselfeeling hast. Mhm. Es hat keine Wellen, das heißt, es ist perfekt zum Tauchen und bla bla. Und, 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 und Adi ist recht ein Taucher. Der hat irgendwie, keine Ahnung, was der Open Water bla hat und so. Und, äh. Er hat aber dummerweise mir auch schon ganz viele Horrorgeschichten erzählt. Wie dann eben irgendwie 20 Meter unter Wasser irgendwie das Ding nicht mehr geht. Und du musst dann irgendwie Zeichen machen. Übrigens, ich habe keine Luft. Solange dann überhaupt kannst du Zeichen machen. Und alles. Hättest du ja blau angekommen. Ja. So Zeugs. Und, äh. Und, äh. Und dann haben wir den geilsten Sieg gehabt. Als Tauchlehrer, wie du es auch immer hast genannt. Ja, Diveguide, was auch immer. Ja. Die sind auch immer die Krügelste, oder? Oh mein Gott. Und zwar wirklich so ein proper englisch, englisch fettkont. Man kann es nicht anders sagen. Er hat sich selber so genannt. Er hat wie gesagt, ähm. Ich bin mal, äh. Was hat er gesagt? Er war mal irgendwie Broker in London. Mhm. Und, ähm. Er war in der U-Bahn im Zug, hinter dem, wo die U-Bahn-Bombe los ist. Oh boy. Er war irgendwie drei oder vier Stunden. Er war einfach in dem Tunnel. Weisst du, wenn du das erzählst. Das ist eine absolute Wahnvorstellung für mich. Er war in dem Tunnel eingesperrt mit schwarzem Rauch, der irgendwie von allen Seiten kommt. Und sie waren einfach über den Zug hinter dran. Und irgendwann konnten sie dann gehen. Und weil er halt so in diesem Broker-State war, ist er trotzdem noch ins Geschäft. Völlig. Ja. Völlig posttraumatische Belastungsführung. Vorprogrammiert. Und er sagte irgendwie noch, ähm. Ähm. Hey. Ich bin irgendwie gerade in dem Zug gewesen. Und, äh. Ich habe mega viele schwarze Rauche eingeschnauft. Und so. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht, wie gut das ist. Und sein Chef hat dann irgendwie gefunden. Äh. I don't give a fuck. Start working. Oder irgendwie so. Und dann hat er angefangen. Fuck this. I quit. Und danach ist er Tauchlehrer geworden. Gross, oder? Klassische Geschichte, oder? Und dann ist er irgendwie auf so privaten Yachten von irgendwelchen Scheichen und so. Und irgendwann hat er auch gefunden, dass es auch nichts ist. Und dann ist er halt in Thailand gelandet. Und dann stellt er zu so einem Easy Dude. Easy Dude. Einfach. Wirklich so ein Pub Dude. Einfach so fett. Glatzen. Immer, immer verbrennt. Darum hat er auch so eine... So ein richtiger Öto. Genau. Darum hat er auch so eine Lederkäppchen, die er auch unter Wasser anziehen musste. Mit so, mit so Ohrenschützer und so. Und ein super Typ gewesen. Und dann hat er eben schon ein bisschen gewusst. Irgendwie, ich habe jetzt mehr Panik. Äh. Eine ist dabei gewesen. Ich glaube Schwedin oder Finnin oder so. Ich bin jetzt seit einem Jahr am Reisen. Und jetzt in Koh Thao hat ihre Mutter sie angefangen zu besuchen. Für so zehn Tage oder so. Und ihre Mutter hat so gemerkt, so ein bisschen. Was macht meine Tochter da? Ist das gut für sie? Und? Sie ist schon ein Jahr unterwegs übrigens. Genau. Du weisst gar nicht, was sie in dieser Zeit schon alles gemacht hat. Und ihre Tochter hat so gesagt, wir können tauchen gehen. Und die Mutter auch panische Angst. Und dann hat er mit denen so ein bisschen länger gearbeitet. Oder so. Und er hat so gefunden, so. Ja, ja. Ich beruhige dich unter anderem. Und der andere fällt eigentlich ins Wasser. So in diesem Sinne. Genau. Und als er mit mir unter Wasser wollte, hat er wirklich so gesagt, bist du bereit? Und ich sage so ja. Und ich habe genau in meinem Kopf gewusst, ich bin null. Und wirklich schon nur, als das Wasser bis irgendwie so zum Maul und die Nase gekommen ist, bin ich sofort wieder auftaucht. So. So. Und er hat so. What the fuck, man? Weil ich habe ihm noch das Ding aus dem Maul geschlagen, wo ich so herumgefuchtelte. You fucking punched me. What the fuck was that? Oh nein. Und darum so schnarcheln. Grossartig. Ja. Weil du bist immer so an der Oberfläche. Du, du hast immer Luft. Du kannst jederzeit so auftauchen. Ja. Es ist mega. Also. Bei mir. Ich konnte das während der Schulzeit mal machen. Und dann. Aber ich war aber lange nicht mehr. Fünf Jahre. Und ich war jünger Bruder, du bist ja Meeresbiologe. Und dann haben wir zusammen Refresh gemacht. Da bin ich lustigerweise gleich wieder nicht viel gegangen. Du hast Meeresbiologe? Wow. Ja. Also es gibt doch noch Leute in der Familie, die etwas. Ja, die etwas Schlaues machen. Die etwas geschafft haben. Die etwas auf dem Kasten halten. Ja. Nicht einfach. Du musst nur im Fernsehen. Über einen Sport, der schon völlig ausgesogen ist. Kann man schon immer denken, du bist die grosse Enttäuschung von der Familie. Ich gebe das ehrlich zu. Also nicht die grosse Enttäuschung. Ich muss auch sagen, meine Qualitäten liegen irgendwo in einem anderen Bereich. Also mein älter Bruder ist super smart. Mein jünger Bruder ist super smart. Und ich bin inzwischen irgendwie so ein bisschen pssst. Und meine jüngste Schwester ist auch super smart. Ja. Also weisst du. Franz-Wörter mehr als Beispiel. Ja. Die anderen haben einmal die Seiten gelesen. Gut runter. Mein Mami abgefragt können. Und ich eine halbe Stunde, schon wieder die Hälfte nicht können. Wieder hoch in mir sitzt es immer so. Und ich habe gedacht, das bleibt mir einfach nicht. Oder die jüngere Bruderin. Ich habe eine massive Prüfungsangst. Das hast du ja noch erlebt. Bei Energy bis Frack war es während der Prüfungszeit. Und die gelten bei Bruderin. Und ich war zu Hause um zwei Uhr morgens immer so. Ja. Das fing ich mal an zu lernen für die Franz-Matur. So zwei Uhr morgens am Tag vorher. Ich war schon lange wirklich völlig im Hüpperen. Irgendjemand muss sich der Pestler vorbeigebracht haben. Ich sage dann immer so zu meiner Entschuldigung so. Ich bin nicht. Wie soll ich sagen. Intelligenz äussert sich bei mir anders, als schnell solche Sachen merken. Ja. Ich habe noch nicht gemerkt, wo und wie. Ach. Du Vollheim. Das ist lustig. Es ist irgendwie geblieben. Man weiss gar nicht mehr so. Wie ist geblieben? Du Vollheim. Du bist geblieben. Dann checkst du mir das geblieben. Ja klar. Einfach die dümmsten Äusserungen zur dümmsten Zeit machen. Ich glaube, weil ich es kreiert habe. Ja, aber zurück zum Tochen. Zurück zum Tochen. Nicht, dass meine Dummheit noch ganz rauskommt. Im Podcast. Ich merke, der Tipp kann wirklich gar nicht. Ähm. Da habe ich Schmerz geblieben. Dann habe ich es tatsächlich gemacht. Aber die Überlegung habe ich dann am Anfang auch gemacht. Also was ist, wenn mir der Ton unter die Luft ausgeht? Ja. Die machst du schon. Ja. Und so irgendwie aus 20 Meter so hochschaust. Und mir so. Ja. Ist doch noch ein Weg. Ja, ja. Und dann. Und du musst langsam. Das kannst du nicht auf die Luft gelchen. Ja, das ist eine maximale Aufstiegsgeschwindigkeit. Und dann habe ich mir einmal so ausgerechnet, wie langsam das. Also wie langsam das schnellste irgendwie wäre, wenn ich aufsteigen darf. Und dann denke ich, so lange kann ich schon die Luft anhalten. Das muss sein. Ja, aber das Problem ist ja. Du darfst es eben nicht anhalten. Du musst ja ausschnaufen. Genau. Und das Problem ist ja, bis zum Moment, wo du merkst, dass du keine Luft mehr hast, hast du im Normalfall ausgeschnufft. Weil es war ja der Moment, wo du. Ja. Das hat mir jetzt gerade ein Kollege erzählt, wo er taucht. Der hat gesagt, das Problem ist, du schnaufst aus. Und dann, wenn du einschnaufen willst, merkst du, es hat nichts mehr. Das heißt, mal zwei Minuten die Luft anhalten ist das eine. Aber wenn du schon keine Luft hast, was willst du denn noch gross anhalten? Und äh… Aber du tauchst immer das Zweite. Eben! Und dann kommt es darauf an. Ah! Wer ist die Tauch-Buddy? Und äh… Wie verhalten sich die Tauch-Buddy? Aber er ist ja nicht asozial. Es gibt anscheinend sehr viele asoziale. Unter irgendeinem Felsen sind die sich schnell irgendwie am Achsel schrauben. Wenn du keine Luft mehr kriegst, so. Ja, im schlimmsten Fall nimmst du ihm einfach… Also du hast immer so einen Scheißer-Ding, dann nimmst du ihn einfach weg. Ja, dann holst du einfach. Genau. Also so würdest du es jetzt machen. Aber wenn der jetzt gerade mit einem Delfin am Tanzen ist… So what? So die Delfine. Du musst zuerst dort rüberkommen. Also du kannst auf dem Delfin auch beim Luftloch anhalten. Ja, ja, ja. So ein Geifer-Style-Zieg, so. Naja, also ich finde es faszinierend. Und was ich wirklich faszinierend gefunden habe, ist, wie du Teil… Teil vom Ozean wirst in diesem Moment. Ja, du bist ja wie so abgeschlossen. Also du gehörst ja auch nicht viel. Ja. Einfach nur das, was rundherum ist und dich verschnen. Und es hat so einen meditativen Aspekt. Mega! Ja und vor allem, wenn dann wirklich ein Schwarm von Fisch mit dir quasi an dir vorbeischwimmt und nicht von dir wegschwimmt. Naja. Weil du halt sonst… Sonst bist du irgendwie, keine Ahnung, in einem See. Und wenn du irgendwie schon nur mit… Ein See? Also ich habe in der Schweiz gelernt zu tauchen. Ja. Ich weiss nicht mal, warum sie es dann überhaupt weiterzogen haben. Aber für viele ist es so, was soll das eigentlich? Erstens kommst du rein, du bist arschkalt nach einer halben Stunde irgendwie. Ja. Du hast genau nichts. Ausser es ist… Es ist… Es ist… Es ist… Es ist… Fisch. Super. Ja. Ja. Wuhuuu! Ja, darum… Ich bin dann das erste Mal im Oman mit einem Kollegen. Und dann… Ah wirklich? Wow, wow. Ja. Also ja, wenn du vorher nur einen See kennst… Ja, ein Kollege von mir ist Flight Attendant gesehen. Der hat gesagt, irgendwie… Bei Muscat… Der hat mir Videos gezeigt. Das ist jenseits… Franz, das Zeug der ist riesig. Ja. Die haben so einen mega hohen Plankton-Anteil im Wasser. Also die können sich einfach regulär befressen dort. Die sind riesig die Sachen. Aber wir sind gross gewesen. Wir sind im Juli. Im Juli. Oh man. Das heisst, es hat irgendwie 90 Grad kam Schatten. Ja, dann sind wir… Als du das Motto bist du mir so kam, hast du gerade die Brille angelaufen. Ja, logisch. Ja. Und dann sind wir am ersten Tag zur Tauchbasis. Und wir hatten dann Kontakt. Und dann hat der Rang so… Hey, ähm… Ja, so… Die Sonnesegel, die du über dem Boot hast, ist kaputt. Weiter gleich raus. So. Und wir so… Hey, wir sind nur um das Tauch gekommen. Aber ja, weiter gleich raus. Aber dann… Kein Schatten. Der ganze Tag. Wow. Und wir sind gleich raus. Weil wir einfach gefunden haben, jetzt sind wir schon da. Jetzt… Was sollen wir sonst machen in dieser Hitze? Ja. Und dann schon nur beim Neopren angeziehen. Ist echt so… Ist echt schon alles runtergelaufen, gell? Wow. Und das Wasser ist… Entschuldigung für den Begriff… Brunt zu warm. Ja, ja. Irgendwie 33 Grad Wasseroberfläche. Aber es war cool. Es war super. Also… Das… 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 Das finde ich so schlimm, wenn du dich abkühlen. Im Wasser. Und es ist so… Es ist so… Es ist genau gleich… Warm wie du. Ja… 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 Wir haben einfach gefunden. Ägypten oder Omane. Wir haben einfach gefunden. Oder Omane. Und so. Und ich bin dann noch nicht ganz so weit gewesen mit… Also… Weisst du, kannst ja auch eine Woche auf dem Schiff sein. Ja. Also eine Woche auf dem Schiff. Ja. Und du gehst einfach eine Woche mit dem Schiff von dort aus tauchen. Oder was auch immer. Und dann bin ich noch nicht so… Ja, ja. Und dann bist du eine Woche auf dem Schiff. Bist du der schlechte Stauker. Oder was auch immer. Ja, für das bin ich die… Und dann erhinderst du alle anderen daran. Ihre coole Erlebnisse zu haben. Und so. Und dann habe ich gesagt, hey, wenn wir nicht müssen. Und dann haben wir nicht gefunden. Komm, Omane ist auch noch los. Und das Land war super. Mega… Also… Mega so… Wie das halt so ist. Neue Kultur. Und alle laufen so halt in ihren Kleidern rum. Ja. Obwohl sie riesige Malls haben. Und sich dort am Abend regelrechte Kaufrausche irgendwie begeben. Ja. Aber sie ziehen es dann… Da haben wir dann jemanden gefragt. Also… Die ganze Bevölkerung geht überall gar Nike zu kaufen und so. Aber… Im Tage habt ihr gleich eure weisse Kutte da. Und ihr geile Häubli da. Ja. Und so. Was läuft? Ja, das hängen sie einfach zu Hause an. Das ist einfach nur so für zu Hause. So. Das ist wieder… Wie das Drama. Ja. Der ist… Immer in Anzügen unterwegs. Richtig gut, dass ich jetzt selber so geile Anzüge an habe. Ja. Du bist immer in Anzügen unterwegs. Und daheim hat er irgendwie der Mickey Mouse Pulli mit der Trainerhose. Ja. Wirklich? Aber ähm… Was wollte ich jetzt wegen des Momans sagen? Ah! Nicht spezifisch wegen des Momans. Sondern für das beneide ich eben Leute, die Tauchferien machen. Wo du wirklich eine Woche auf einem Boot bist. Und du hast die Kabine. Und du bist eingenommen. Und danach am Morgen stehst du auf. Du schaust mal die Sonne an. Du trinkst einen Kaffee. Und danach ziehst du die Zeug an. Und dann macht's blub. Und du bist dann. Wenn sie denkt, das wäre schon mega geil. Ja, ist so. Aber du… Aber… Nein. Nein. Das ist wirklich… Ich dachte, das kann nicht sein. Wir sind auf die Gitter gegangen. Und dann sind wir auf dem Boot zu sein. Und dann sind mega viele Russen auf das Boot gekommen. Und… Also sie, ich sage jetzt mal. In Ehre. Aber sie ist jetzt… Ästhetisch nicht wirklich die schönsten Artgenosse von diesem Planeten gewesen. Aber ihre Frauen. Alle Bilder hübsch. Aha. Ja. Und wir natürlich so. Die haben sie eh alle gekauft. Aber du bist ja dann gleich so. Ja. Keine Ahnung. Irgendwie findest du so. Ja, nein. Es kann fast nicht sein. Und dann… Am letzten Tag kommt wirklich der Hund hoch. Und oben haben wir das Kofferdepot gehabt. Und dann kommt die Kofferdepot mit ihrer tierlichen Freundin oder Frau. Oder was es denn auch immer war. Und dann haben sie so gefragt. Ja, cool. Also dann geht er jetzt wieder zurück. Und dann haben sie gesagt. Nein, nein. Ich gehe zurück. Also sie sind amerikanische Russen gewesen. Also alle Russen, aber die in Amerika leben. Oh. Und dann haben sie gefragt. Ja, also dann war cool. Dann geht er jetzt wieder zurück. Ich weiss, keine Ahnung. Wo sie herkamen. New York, Washington, Florida, Miami. Und dann hat sie gesagt. Nein, nein. Ich gehe wieder zurück. Und sie so. Nein. Ich gehe zurück auf Moskau. Und wir so. Also wie jetzt. Irgendwie haben sie verdammt gewitzelt. Gegenüber ihrer Frau. Schaut mal. Möder amerikanische Pass. Möder amerikanische Pass. Sicher nicht. Und ich so. Alter, die haben sie wirklich. Einfach dazu gekauft. Einfach dazu gekauft. Ferien. Ferien Escort. Ja, wirklich genau. Wow. Und am Anfang immer noch so drüber gewitzelt. Wie es so ist. Alle drei Gielen auf dem Tochurlaub. Und sagen so. Ja, ja. Genau. Sie gekauft. Und dann stellt sich das wirklich raus. Und ich so. Shit, man. Also. Gemietet. Ja. Nicht gekauft. Gemietet. Entschuldigung. Ja. Ja, ja. Also nein. Weisst du. Für mich ist es noch nie so offensichtlich. Ja. Wie soll ich sagen. So völlig. Ja, das ist das Normalste von der Welt. So gesehen. Und das ist dann mega. Darum sage ich ja. Du musst gar nicht tauchen können. Sie konnte auch mit Delfine schwimmen. Sie hatte auch eine Schwimmweste an. Aber es ist irgendwie so eine Schuppe von den Augen. Und die anderen sind aber tauchen. Ja, ja. Der eine war so. Der eine war ein richtiger Koloss. Kommt wahrscheinlich auch die anderen hier. In der britischen Tauchlehrer. Ja. So geil. Da hatte es ein Motorchen unter Wasser. Und das konnte ich dran halten. So wirklich so ein Unterwassermotörchen. Und das müsst ihr euch vorstellen. Ja. Ein Berg von einem Menschen. Ja. Ziemlich viel Fett angefressen. Und er hat Lycra in die dünnen Hörbrennen. Das können vom Wake oder so. Und er hatte einen Lycra. Aber die Hälfte von seinem Rand ist unten rausgeloppt. Und dann war er so im Wasser gewesen. Und er hat sich hinter seinem Motorchen. Und unten hat immer so den Bauch unten rausgeschwabelt. Und wir waren nicht in der gleichen Tauchgruppe mit innen. Aber du hast ihn immer gehört, wenn er gekommen ist. Hey. Und wir sind fast durchgedreht, wenn wir das mal im Wasser gesehen. Hey. Wir haben noch GoPro aufgenommen. Dann kriegst du ins Loch. Dann verlierst du ja so viel Sauerstoff. Weil du es unter dem Wasser verrückst. Hey. Scheibe. Das ist eine prägende, total coole Option. Ja. So geil. Aber du kannst auch einfach so auf einem Schiff. Also. Ja, ja. Das stimmt natürlich. Also. Ich habe schon gehört, weisst du von so. Keine Ahnung. Griechische Inseln. So Katamaran. Genau, ja. Wo du nicht tauchen musst. Nein, nein. Du bist einfach jeden Tag ein top Badespot. Ja, genau. Ja. Nein. Also es war auch noch cool, muss ich sagen. Ja. Und du kommst halt wirklich zum Tauchen. Das ist halt so etwas, wenn du immer vom Land eine Stunde oder so rausfährst. Ja. Ja. Und je nach Wellen gegangen und so. Ja, logisch. Und du bist halt einfach schon draus. Logisch. Also du kannst drei bis vier machen, wenn du auch gerne mit Lust hast im Tag. Und sonst machst du auch zwei. Sehst du? Und das ist das Äquivalent zu den Skiferien, wo ich irgendwie… Wenn du eine Woche gehst, röstest du dir eine Woche ab und ich… Ja. Nein, jetzt Skiferien. Keine Ahnung. Ja. Das ist lustig. Wir sind eigentlich nie in Skiferien als Kids, weil wir sie auch vor der Haustür hatten. Ja, logisch. Das ist ja etwas völlig anderes. Und ich verstehe auch mega… Also es gibt auch Kollegen, die sagen, ich kaufe doch keinen Ski mehr. Ich miete sie, wenn ich gehe. Ja. Und das ist ja auch ein riesen Vorteil. Du mietest… Also du kannst immer das neueste Modell mieten. Ja. Du kannst auswählen, was du willst. Also von dem her super, oder? Du kannst jedes Jahr neue Skis ausprobieren. Ja. Das Einzige ist die Schuhe. Eben, darum sage ich… Schuhe, wenn es halt drückt… Bequeme Skischuhe ersetzt dir nichts. Aber es ist ja überall so. Bequeme Wanderschuhe, wenn du gerne gerne wandern kannst. Also… So ein Grundstock an Equipment. Ja, genau. Da habe ich mir gedacht, irgendwann mal Skischuhe kaufen, wo du wirklich sagst, die sind es. Und vor allem… Irgendwie… Es war auch jemand anderes drin. Und hat sie… Ja, also… Neopren, wo niemand anders nackt ist drin. Gut, sagt mir, wenn wir sie… Auch im Oman ist das gewesen, da hat eine unter Wasser völlig abstressen. Sie müssen hoch, sie müssen hoch, sie müssen hoch, so. Und dann… Es läuft. Also sie hat noch genug Luft. Sie hat ihr nicht irgendwie angezeigt, dass sie irgendetwas reales wettelt. Ja. Und er hat oben auf dem Boot und so… Was ist los gewesen? Sie hat dringend müssen, sie gehen bisseln. Und wir so… Also… Mach doch einfach in Neoprenn. Also… Also… Who cares, genau? Sie ist voll gestresst, sich auf die WC zu gehen. Das ist aber herzig. Ja, aber die ganze Welt bisseln in Neoprenn. Ja. Also… Entschuldigung. Auch nicht in Neoprenn. Ja. Einfach sonst so ins Meer. Also… Jedes Mal, wenn du an einem Strand bist… Ja. Du siehst immer einen Dude, der alleine ins Wasser geht. Und dann so ein bisschen die Hände hochhebt. Ja, ja. Aber du weisst nicht genau warum. Und dann tut das so, als würde er ein bisschen stretchen, weisst? Das ist… Und in der Zeit… Du weisst einfach, der los darf laufen. Das ist nichts anderes. So. Und dann gehe ich wieder zurück. Ne? Das bin immer ich. Das bin immer ich. Ich bin richtig durch den Durgau gefahren. Und… Es war dann ein Stress. Und dann ist wirklich so neben der Straße. Hat sich gerade dort auf ein kleiner Stress rausgefahren. Ist dort sehr ruhig. Einfach so… Melvi hat sich dort so schön stehen. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm. So what? Ja, Hunde machen es auch. Ja. Gut. Was unterscheidet dich eigentlich vom Hund? Genau. Aber… Es fällt mir jetzt gerade ein, wegen so am Strossenrand. Ich weiss… Nein, jetzt muss es los. Ich weiss nicht einmal mehr, wo wir hergefahren sind. Aber es ist so… Du hast gemerkt, es ist so Anfang Ferienzeit. Und durch das… Da hattest du dann immer super crazy Leute auf der Strasse. Die anfangen so… Die fahren nie Auto. Und dann fahren sie einmal… Anfang Osterferien fahren sie irgendwie nachher. Hey. Und auf der Autobahn sehe ich so… Ganz rechts fährt der Auto immer langsamer mit dem Warnblinker. Und ich denke so… Es gibt irgendwie, keine Ahnung, Platten oder so. Und in dem Moment, wo ich oben schaue, geht einfach die Beifahrertür auf und jemand steigt kotzend aus. Und ich so… Und genau das ist das, was wir gesehen haben so… Oh… Es ist einfach so… Es ist einfach so… Auf der Autobahn Warnblinker so… Hey, ich muss jetzt dann vielleicht… Ich muss jetzt dann vielleicht… Okay… Rechts an den Warnblinker anhalten. Und genau das haben wir gelegt. Und du bist… Boah… Ja… Egal. Ja… Schon gut. Ich bin da, oder? Ich weiss nicht, ob es irgendwie eine Regeln gibt, einen viel guten Podcast… Ich bin da, oder? Ich bin da, oder? Ja… Ich bin da, oder? Ich bin da, oder? Meine sehr intelligenten Brüder, oder? Ja… Hey, aber ihr Inneres nicht so gut, bis ich behalten kann während des Autos fahren. Ja… Da bin ich besser gewesen. Ausser einmal, da sind wir auf dem Bauernhof gewesen im Jura, haben wir die Bauernhof-Fähl gemacht, wie unsere Mama das schon gemacht hat. Mega cool. Ja… Und der Knecht, der François dort, hat uns immer die angeraukten Ziggis gegeben, um die Stümpel noch. Während des Traktors fahren. Und mehr als Kids hätte das grossartig gefunden. Sehr cool… Ja, wirklich grossartig. Aber… Keine Ahnung… Wie alt war das? Da weiss ich noch nicht, was machst du? Also weisst du, ziehst du es ganz runter, oder nur so, oder da… Und dann… Das ist irgendwie… Keine Ahnung… Das ist mir die Ziggis eben doch nicht so gut bekommen. Und das 10. Globibuch von meinem Brüder ist dann kaputtgegangen. Oder Dagobert Dacke, ich weiss nicht, um welches Comic das war. So geil… Globio Dacke… Der hat doch einfach Ziggis gegeben? Ja… Wow… Also ja… Also eben, sie waren eigentlich schon fast fertig. Ja und gleich, aber die hast du dann noch angezogen? Ja, also die hat noch geraucht. Also weisst du, die hat noch so ein bisschen… Ich rauche ja nicht. Das ist eigentlich überraschend, dass das mich dann nicht geprägt hat, aber… Aber… Das hat dann eigentlich noch funktioniert. Vielleicht hat er das eben auch gemacht, um abgewöhnen. Und dann habe ich angefangen, dass ich nicht mehr die ganze Rauche rauche. Jetzt rauche ich die Träschgebiete auf dem Traktor. Ja, dann hast du wenigstens alles verwartet. Das ist ja eigentlich nur schlau. No Ziggi waste. Ja, weil ich… Also… Ja nein… Ich habe immer… Als ich noch geraucht habe, habe ich auch wirklich immer gefunden… Also wenn ich schon eine Ziggi rauche, dann rauche ich sie ganz. Das ist ja auch wegen dem Sturz und alles. Ja. Weil ich meine… Ich habe meinen Vater zum Teil gesehen, irgendwie eine Ziggi anzünden für zwei Züge. Weisst du, einfach so… Bauchschnell, oder? Pssst… Und dann… Schon wieder ausdrücken. Ja, ja. Und ich finde das auch heute noch absolut nicht verantwortungslos, was er gemacht hat. Und ich meine, nach dem Vorfall hat es ja unsere Eltern auch gewusst. Also… Und es sind gute Kollegen von meinen Eltern gewesen. Also von dem her. No worries. Es ist alles gut gekommen. Ja, das hast du ja… Ich meine… Früher hast du auch… Meine Grossmutter hat mir… Also, als ich Sex gesehen werde, hat sie mir zum Dessert… Hat sie mir immer einen Würfel Zucker gegeben, wo ich in die Kirsch eintaucht habe. Ja. Und das war dann die Tafel zum Dessert. Ja. Das war grossartig. Nein. Also eben… Ich finde, das hat sie auch nicht… Also… Nein, natürlich. Das wäre geil. Also, das sind deine Geschichten unterblieben. Also von dem her. Ja. Also, eben. Gibt es durch das Band durch. Mein Papst hat, glaube ich, von seinen Eltern mal, weil sie nichts mehr dabei hatte, Kirschtängeli mitbekommen, Kindergarten und all solche Sachen. Ja, schau. Oh du, ja. Kirschtängeli. Aber Autofahren, ja. Was? Ich weiss nicht, du fährst jetzt noch viele Autos, oder? Mhm. Oder mehr als vorher. Ja, also… In Basel musst du ja nicht viel fahren. Seit ich die Prüfung… Es stimmt, du hast ja mega spät Autopräfung gemacht. Seit ich die Prüfung habe, fahre ich schon mehr Autos als vorher. Ja, das ist so. Ja, gut, ja. Vorher bist du auch schon gefahren, aber ich hatte nicht häufig nur die Dunkelziffern. Nein, aber im Motofahren… Also… Ich weiss auch nicht… Motofahren… Hat eigentlich so ein grosses Frustpotenzial. Also beim Motofahren… Ich glaube, die meisten Leute werden hässiger beim Motofahren als beim ÖV fahren, nicht? Wirklich? Okay. Habe ich auch so das Gefühl. Ich finde Autofahren super entspannt. Ja, auch an dem Stau stehst du? Ja, aber ich… Oder der erste wie nicht mehr ab? Nein, und vor allem, ich stand wirklich sehr selten im Stau. Jetzt muss ich schnell meine Nase putzen, aber… Oh, die Dings. Oh, wegen der Pollen. Ja. Aber ich stand wirklich selten im Stau. Ich fahre halt so auf die Seite. Ja, so, ja. Oh! Schau jetzt, aufmerksam. Wow. Ist das für wen jemandem grämmert hier von Emotionen? Danke, Christoph. Unter anderem. Hey, hätt schon mal… Ich will mal sagen, wie viele Podcast-Folgen hast du jetzt? 100? Fast. Oder mehr als 100? Mit Gast bald 100. Äh, insgesamt 130 oder so. Okay. Anders hat schon mal jemand grämmert hier? Ich glaube in diesem Studio nicht, aber ich glaube im alten. Aus Freude oder aus Trauer? Ja, Emotionen. Emotionen. Sagen wir Emotionen. Okay. Ich musste schauen, ob es gut aussieht. Ja, ich finde es… Es sieht eigentlich nie gut aus auf dem langen Tisch. Wenn dann so das vorderste vorne sind. So, was Nastücher packst du? Ja. Machen wir noch Schleichwerbung für Kleenex? Die Original. Die Original. Verlässliche Stärke. 100% bereit für den Tag. Das Wichtigste ist Schwächheit. Silky Care. Mit einem Hauch natürlicher Seiden. Es klingt jetzt so, als würde ich einen mega Werbespot machen, aber es bin mir erstaunt, was die da immer draufschreiben. Du hast es auch schon gehabt, weil du mega viel Schnuddernase hast oder Grippe oder so, eben du mit Schnupfen sowieso. Du hast aber keine Nasstücher mehr, wir nehmen WC-Papier den ganzen Tag. Das macht einen rechten Unterschied für die Rauchheit oder die Geschundenheit von deinen Nasenflügeln. Vor allem, ich habe früher einfach Kuchenpapier genommen. Das ist ja noch viel schlimmer als WC-Papier. WC-Papier hat ja noch ein bisschen weiche und Sachen. Ah, dreulagig und so. Oder fünflagig, ich weiss es nicht. Ich weiss nicht, was die Qualität von WC-Papier ist. Einfach das teuerste und weichste. Charmin. Charmin. Und dann habe ich schon gemerkt, wie Kuchenpapier und so ist auf jeden Fall. Ja. Noch schlimmer wäre, glaube ich, das Papier, das du im Händewaschen auf den öffentlichen Toiletten hast, das Graue. Das habe ich natürlich auch genommen. Ja, aber das ist ja... Da kannst du Schleifpapier nehmen, oder? Absolut. Das ist wirklich so... Scheibe, ja. Absolut. Das ist wirklich... Aber ich bin... Um jetzt hier nicht wirklich Werbung zu machen für Kleenex, muss ich sagen, ich bin grosser Fan von Tempo. Tempo. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche fast nie ein Nasstücher. Ja, wenn du keine Heuschnuppe hast, ohne Scheiss, einfach die Heuschnuppe, habe ich gemerkt, ah, dort holen die mein Geld. Ja. Also ein Nasstücher. Weil ja, ich brauche dann effektiv, ich brauche dann zum Teil ein Päckchen am Tag. Nein, ich brauche ein mega... Also... Also... Es gibt ja Leute, die ja immer eins mit dabei im Rucksack oder so. Ja. Das habe ich nie gehabt. Also ich habe das auch nicht. Und einfach jetzt... Während der Corona-Zeit ist vielleicht mal eben dort, wo es gehabt ist und so... Ich finde, alles, was draussen ist, ist besser, als was drin ist im Körper. Darum... Dann hast du wieder mal ein Nasstücher gebraucht. Aber sonst... Selten. Nein. Von 14 bis 16 habe ich viel Nasstücher gebraucht. Sollen wir schnell einen Break machen? Ja. Nimmst du nichts dagegen? Doch! Medikament. Ja. Oder so etwas. Aber... Hey, es reicht nicht ganz, weißt du. Ja, ja, sonst noch. Sprich, das, was ich jetzt nehme, das macht wenigstens nicht mehr Miet. Und ich bin so... Lieber... Lieber habe ich... Ein bisschen mehr... Energie in den Tag. Also so... Apathisch. Also ja, völlig, völlig verballern zu... Ich kann ja gerade Heroin nehmen. Weisst du, wie ich meine? Gut, ich weiss nicht, ob dann überhaupt noch irgendetwas hättest mit der Nase. Ja, aber dann hätte ich vor allem mehr Spass. Ja. So ist es einfach... Du bist einfach im Nichtzustand. Völliger Scheiss. So, wir haben ein kurzes Päuschen gemacht. Technische... Wie nennt man es? Auseinandersetzung. Mit... 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 Mit dem Equipment hier. Und ähm... Wir sind zurück. Mhm. So. Und ich weiss gar nicht, ob es überhaupt lohnt, dass wir nochmal anfangen, etwas miteinander zu besprechen. Wieso hast du das Gefühl, wir hast alles besprochen? Oder ist der Inhalt vorher so ein Nonsens gewesen, dass wir... Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Viel Ski, viel Tauchen. Ein bisschen Busy. Mhm. Ein bisschen Kleenex. Ganz ein bisschen, ja. Ja. Und... Ähm... Aber sonst geht nichts weltbewegend. Nein. Und du... Aber das muss ich ja glauben auch nicht. Du machst ja nichts weltbewegend. Nein. Nein. Das ist tatsächlich so, ja. Du machst Winter... Es ist tatsächlich so, ja. Wintersport. Also nein, aber Skitürchen. Im Winter. Im Sommer gibt es vielleicht einen Tauchgang. Ja, genau. Und sonst schaffst du. Ja. 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 Es klingt so richtig armselig. Das Leben ist scheiße. Ich... Was machst du so? Ja, kommst du Ski. Ja. Kommst du im Sommer. Und den Rest schaffst du. Ich bin aber auch sehr gut in so Sachen... Sachen richtig schlecht machen. Genau. So richtig scheisse darstellen. Weil ich habe mir überlegt... Ich habe mir überlegt gehabt, äh... Du hast eigentlich ein mega geiles Leben. Ja. In der Tat. In der Tat. Man kann es aber genau umgekehrt machen und sagen, Du hast einen geilen Job, wo du eben eine Leidenschaft... Ja, natürlich. ...prüflich verarbeitest. Du schaust Match und du redest mit mega geilen Leuten... Mega lustig, ja. ...über den Match. Ja. Das ist grossartig. Du erfährst häufig Hintergrundinformationen und... Was ich das coolste finde, also... Also jetzt im Job an einem Fürsich... Ähm... Das sind ja alles meistens ein Ex-Fussballer oder... Oder auch noch aktive Fussballer. Oder irgendwelche Leute, wo du noch Kinder bist... Du denkst, wow... Und jetzt redest du mit denen so, als wären sie deine Kollegen... Und sie sind voll easy drauf. Also weißt du, so... Vorher ist es so wie... Wahrscheinlich ist es das, was vielen Leuten... ...ab dem Roger Federer oder so passieren. Also ich habe nie mit dem Roger etwas gehabt. Aber da hast du immer so das Gefühl, wow... Scheibe, der ist ja riesig. Das ist ja der Sportler. Und dann, wenn du mit ihnen redest, denkst du so... Hey, der ist mega easy. Der bildet sich nichts auf sich ein. Also vielleicht gibt es auch andere Beispiele. Aber jetzt mit denen, die ich zu tun habe, muss ich sagen... Ja. Das ist voll nicht so, oder? Also... Und der hat genau die gleichen Probleme, die du hast. Ähm... Also es ist völlig okay. Also ich finde es mega... Nein, also... Es klingt vielleicht zuerst so ein bisschen... Was macht er eigentlich? Aber es ist schon so. Also wenn du... Aber das ist nicht nur auf den Job bezogen. Es geht ja für dich auch. Oder wenn du den Job machen kannst, wo du... Irgendwie immer Freude hast daran. Unabhängig davon, was es für ein Job ist. Ja. Und nebendran noch genug Freizeit hast, das zu machen, was du... Gern machst. Oder sogar eben kannst verbinden. Dann ist es ja eh der Jackpot. Also weisst du, es ist so... Jui? Von dem her, ähm... Ja... Nein, also es ist äh... Es ist jetzt so... Es ist jetzt so eine mega intensive Phase halt mit... Jetzt... Ja... Jetzt, wo die Meister ist... Jetzt greifen wir auch nicht vor. Jetzt ist es ja wie klar. Aber bis dahin... Ähm... Die Meisterschaftssaison, Zeug und Sache... Und dann Finale, Halbfinale... Das... Kommt ja jetzt alles erst in dieser Zeit. Und in dieser Zeit schaffst du halt einfach mehr. Aber es ist völlig in Ordnung. Weil du weisst... Im Juni macht der Fussball eine Pause. Und dann hast du wieder ein bisschen mehr Zeit. Ja, vor allem... Ich habe gemerkt, wie... Ich bin... Ähm... Ich bin ja... Lustigerweise ein grosser Sportfan. Ähm... Aber nicht... Nicht so viel Lokals. Sag ich jetzt mal. Also... Fussball ist klar. FCB. Aber... Aber... Eishockey... Ich habe mal mit dem Jan Billard besprochen. Ich hätte halt einfach... Wenn du vor Basel bist... Ja... Ist jetzt nicht... Das Nächste... Dass du... Aber... Ähm... Ist trotzdem ein geiler Sport. Und trotzdem... Ich bin eben nicht mega in diesem Ding drin. Sondern... Jetzt gerade... NBA... Ähm... Formel 1... Und... Du hast dann schon sehr viel. Und... Was ich spannend finde, ist, dass in der Schweiz... Ich meine... Jede... Jede Sportart, die irgendwie beliebt ist... Hat fast den gleichen Kalender. Also... Eishockey fährt ein bisschen später an. Ja... Aber es ist dann wirklich so... Auf den Schluss zu... Ist dann alles gleichzeitig so... Alle werden gerade Meister. Alle haben irgendwie gerade das letzte Spiel in diesem Stadion. Und weißt du... Wir sind so völlig überfordert. Du weißt du... Was... Was ist jetzt passiert? Vor allem wenn du nur so halb mitkriegst. Naja... Schon wieder entschieden. Schon wieder Meister. Was ist jetzt mit dem ZSC gesehen? Aha... Die haben das letzte Mal im Hallen statt. Okay... Und dann so... Was ist mit Zug gesehen? Ah... Die sind... Meister geworden. Ah ok... So... Dann war es okay... Und dann hat Basel, Zürich... Fussball... Habe ich nicht mitgekriegt, was passiert ist. Also nicht... Du hast es einfach aus seinem Gedächtnis gestrichen. Ich muss sagen... Nach 13 Jahren... Und ähm... Völlig in Ordnung. Es wäre jetzt ein bisschen vermessen gewesen, glaube ich... Also es wäre schön gewesen, wenn jetzt irgendwie das Projekt von David Tegger schon realisiert hat. Und andererseits mit so einem Umbruch nochmal nach vier Jahren und so... Ach... Völlig in Ordnung. Es ist ja... Es ist ja... Ich glaube, man wird ein bisschen gelassniger. Habe ich das Gefühl. So bei mir. Es ist so... Vorher... Vorher... Früher hat man... Also wenn man irgendwie so ein bisschen Sympathie für eine gewisse Mannschaft gehabt hat... Früher hat es irgendwie mehr gestört. Und jetzt... Als du halt dann näher an diesen Leuten dran bist... Ja... Und vielleicht nicht nur noch das Fan da sein pflegst... Ja... Sondern dann denkst du so... Hey... Ich mag das Demo gönnen. Oder die Geschichte mit Cemaili ist doch wunderschön. Und dann wieder nach... Also 06 und 16 Jahre jetzt wieder Meister. Und das ist doch... Völlig in Ordnung. Passt völlig. Also es ist vergänglich. Und es ist... Natürlich... Es gibt ja Leute, die sagen... Fussball ist mehr als... Mehr als ein Sport. Es geht teilweise um Leben und Tod. Blablabla. Es gibt so ein Zitat so. Und die sagen... Ah... Come on. Schlussendlich. Aber ich glaube... Ich glaube, es ist doch mit allem so. Mit der Zeit... Mit der Zeit bist du nicht mehr... Klar... Du... Du... Du wirst älter... Und... Reflektierter... Genau. Ausgleichlicher... Länglicher... Nein, aber so ganz grundsätzlich... Ist ja auch so... Ich habe das Beispiel schon ein paar Mal gebracht... Irgendwie... Wenn du musiklos bist... Wenn früher dir ein Song gefallen hat... Dann hast du vielleicht 150 mal... 200 mal gehört... So als Teenager... Und das ist so... Das Dings... Und jetzt wenn du einen Song gut findest... Du bist so... Das ist schon geil... Und du losest ein paar Mal... Und du losest ihn immer wieder mal... Und das Gleiche ist so... Äh... Weisst du... Weisst du... Ähm... Ich habe jetzt gerade mit meiner Freundin... Von so Celebrity-Crushes gehabt... Dass du irgendwie... Wenn du ein Teenager bist... Dann kannst du ja wirklich irgendwie... Wahrscheinlich auch... Weil du dich selber noch entdeckst... So... Und das Kleenex... Äh... Jetzt kann jetzt... Die schönste Schauspielerin... Irgendwie... Nehmen auftauchen... Und ich finde so... Ja gut... Vielleicht erkennst du sie nicht mal... Sieht nicht aus... Im normalen Leben... Vielleicht gar nicht so ausgesehen... Ja... Ich weiss ja nicht... Wie die in einem normalen Leben aussehen... Nein... Aber du sagst vielleicht... Aha... Du denkst so... Als Teenager würde ich schon sagen... Woah... Ich glaube das Gleiche ist... Mit grundsätzlichem Fantum... Eben... Äh... Keine Ahnung... Mannschaften... Sportarten an sich... Und so... Mir hat aber auch nie geholfen... Dass... Ich bin sehr menschenbezogenen Typ... Mhm... Das heisst... Ich finde Sachen toll... Wo man den Menschen... Irgendwie kann feiern... Ja... Und Fussball ist schon... Eine sehr grosse Sportart... Also du hast ja schon mal... Elf auf dem Platz... Naja... Du hast verschiedene Charaktere... Und mit einem kannst du dich... Eher mal identifizieren... Als mit dem anderen und so... Genau... Und dann... Ist es eher so... Dass man dann halt irgendwie... Du weisst ja noch... Wie ich den Beckham geil gefunden habe... Und... Ja... Dann ist es so... Beckham... Aber... Hey... Der Klub... Interessiert mich jetzt nicht so... In Basel natürlich schon... Weil es einfach... Ja... Aber es ist etwas anderes... Wenn du aufwachst... Genau... Das ist so... Also so... Gag... Aber ich habe irgendwie nie verstanden... Wie irgendwie... Keine Ahnung... Jemand, der in Olten wohnt... Äh... Manchester United... Für immer und ewig... Oder... Keine Ahnung... Irgendes Erlebnis... Oder bist du mal im Pub... Im Stadion... Hat er irgendwie... Der Finger reingenommen... Oder so... Also das ist durchaus... Weisst... Ich finde das... Es ist ein sehr intensives Femtum... Oder wo ja halt einfach... Im Sonntag nur... Also einfach das Wichtigste ist... Dass du den Match siehst... Ja... Also das ist ja wie... Wenn du jetzt runterbrichst... Auf irgendwie eben Skifahren... Oder in die Berge gehen... Das ist ja... Erfüllt ja die Person mega... Und äh... Ist das so völlig in Ordnung... Aber bei mir ist es jetzt einfach mehr so... Ist es wie so aufgefallen... So dass es... Vielleicht auch durch einen Beruf oder so... Dass du eine gewisse... Neutralität... Eine gewisse Distanz bekommst... Aber vielleicht eben auch... Aufgrund von dem... Dass... Lustigerweise im Gegenschluss... Mega nach am Geschehen dran bist... Und eben darum vielleicht findest... Es ist jetzt völlig in Ordnung... Dass die jetzt mal gewonnen haben... Und es ist auch gut... Dass die jetzt mal gewonnen haben... Es macht jetzt nichts... Weil die mal auf den Sack bekommen haben... So... Ja... Aber das... Das merke ich ja auch mit... Mit Comedy... Wo... Je länger ich das mache... Und je mehr ich in dem... In dem Ganzen drin bin... Beruflich... Muss ich jetzt nicht... Wenn ein Netflix-Special rauskommt... In dieser Sekunde sofort... Das schauen... Sondern es ist dann wirklich mehr so... Als Teil von irgendeinem Prozess... So... Komm mal rein... Weisst du... Und das hat eben sicher damit zu tun... Dass man grundsätzlich... Nöher am Ganzen... Draht... Es ist vielleicht auch nicht mehr so... Wie soll ich sagen... Es ist vielleicht auch nicht mehr so... Ein grosses Mysterium... Also weisst du... Vorher hast du das eigentlich... Vorher hast du gar nicht dahinter gesehen... Also alles, was du nicht kennst... Du denkst... Oh Scheibe... Wie läuft das eigentlich bei denen so... In der Garten oben... Oder... Oh... Bei den Trainings und so... Und dann merkst du ein bisschen... Wie es läuft in so einem Verein und so... Okay... Jetzt ist das ganze Wunder weg... Nein... Also es ist dann halt... Du und ich... Wir wissen mittlerweile viel mehr... Von dem Ganzen... Eben auch mit... Insider... Infos und Sachen... Und... Klar... Das verliert ja auch durch das ein bisschen... Die Magie... Ja... Es ist so... Ja... Du weisst... Eben... Du weisst wie der Film gemacht wird... Ja genau... Das heisst... Das heisst... Der Film zieht dich nicht ganz so fest rein... Ja... Du checkst, dass beim Bachelor die Kamera schon drin ist... Ah... Wirklich... Nein... Wirklich... Ist das so... Scheibe... Das ist ja... 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 Aber es ist... Es ist sicher auch das Feeling... Ja... Weil einfach... Ich bin noch... Gefühlt der Bub gesehen... Ja... Wo der geschützt hat... Ja... Das ist ja... Ich meine... Zubi... Streller... All die, die jetzt bei uns Experten sind... Ich meine... Das... Als FTZ-Spieler ist für mich immer so ein rotes Tuch gewesen... Ich habe mir gedacht... Nein... Der Dani... Nein... Und er ist ja jetzt Experte in der Europa League... Ja... Und der Dani ist so ein guter Typ... Und das ist wie so... Das wäre... Als 16-Jähriger wäre dir das nie... Also weisst... Wäre dir das nie in Sinn gekommen... Ja... Oder... Und das ist genau das, was du sagst... Es sind eben dann noch Helden gewesen... Und jetzt ist es wie einfach ein Mensch... Und er hat aber durchaus nicht an Faszination verloren... Sondern er hat wie an Wert dazu gewonnen... Weil... Der Typ ist voll cool... Ja... Super, oder? Ja... Und das ist schon... Ich meine... Ich habe jetzt schon ein paar Mal... Mit dem Fredi Pickel... Ein Glas Wein getrunken zum Beispiel... Mhm... Und das war für mich als Teenager... Das war es noch mal gewesen... Das war es noch mal gewesen... Der FTZ-Sportchef... Ja... Schlechte hin für dich... Das war es noch mal... Das war es noch mal gewesen... Alle... Weisst du... FCZ noch... Die IB... Ja... Mit der Finalissima... Und so... Und immer jedes Mal... Kommt das... Für die Interviews... So... Was ist wirklich da... Jetzt wieder doch erzählen... Über seinen Club... Und... Weisst du... Ja... Und dann irgendwann... Im Herzen... Ja... 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 Aber das ist ja das... Was du dann auch lehrst... Also es ist ja so... Wo du dann merkst... So... Das hat schon gleich... Also... Don't judge a Bookbite's Cover... Also... Das kannst du mega unsympathisch finden... Aber... Es gibt tatsächlich auch Leute... Die ich immer unsympathisch gefunden habe... Und sie es auch noch bestätigt haben... Das ist dann auch so... So schlecht bist du dann... Gleich nicht in Menschenkenntnis... Ich glaube ich weiss genau... So... Hey... Es ist echt so... Oder... Also es ist... Es ist echt so... Keine Ahnung... Also es gibt auch Leute auf der Straße... Und ich habe das Gefühl... Also... Keine Ahnung... Und dann denkst du... Ich glaube das ist ein verdammt Giggle... Ja... Das ist ein Keine... Und dann irgendwie... Keine Ahnung... Oder im Fitness oder so... Und dann bestätigt sich das auch noch... Einfach... Keine Ahnung... Das ist halt so... Das ist... Wegen dem ist er vielleicht... Für andere Leute... Mega Liebe tut... Oder der beste Freund... Was es gibt auf dieser Welt... Aber für dich ist es dann auch nicht so... Ja... Es gibt ja auch... Also ich... Ich arbeite ja da immer noch sehr fest daran... Weil... Die klassische Erkenntnis... Dass wir es eh nicht alle recht machen... Ja... Ist ja dann sicher auch noch... Wie will ich sagen... Ist verstärkt von... Bei mir jetzt... Wenn ich es probiere... Leute recht zu machen... Mhm... Dann stresst mich das zum Teil... Weil ich so merke... Es tut mir zum Teil gar nicht so gut... Mhm... Weisst... Weil ich so finde aber... Ah... Irgendwie... Ich probiere jetzt da auch noch... Und die Zeugs und so... Und merke so... Ha... Für mich ist das eigentlich gar nicht so... Die beste Lösung... Und das Ergebnis ist wahrscheinlich eh das Gleiche... Ob du es jetzt... Ja... So what... Genau... Weil wenn man so Grundwert hat... Und irgendwie so probiert... Nachziehen und so... Ich glaube dann ist schon mal okay... Ja... Aber gleich... Ähm... Und dann ist das... Wenn das dann seine Meinung sehste... Anscheinend... Ja... Nicht mal gewusst... Nicht mal das Gefühl hatte... Dass die Person... Ja... Nur... Sich eine Meinung bildet... Also weisst du wie immer... Was das ist fein gewesen... So eine Meinung zu bilden... Übrigens... Genau... Dass... 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 Du weisst ja nicht... Also... Keine Ahnung... Wie es da zu dem Schluss gebracht hat... Oder so... Also... Lustigerweise... Als ich bei Teleklub angefangen habe... Und dann hat es von Teleklub geheißen... Ja... Das heisst ja Bluesport... Ähm... Wie jetzt... Ja... Aber du weisst ja nicht... Der Vollheim... Ja... Du weisst ja nicht... Du weisst ja nicht... Warum das dann... Das Urteilen so gefallen wurde... Also... Ja... Das ist eben... Genau aus dem Grund... Ich meine nicht mal... So... Ich muss jetzt... Auf ein Meeting machen... Und Scheiss auf die andere... Sondern vielmehr... Eine Meinung bildet ja immer... Die Person selber... Aufgrund von... Was auch immer für Faktoren... Eben... Was auch immer... Die Erfahrungen gesehen sind... Was auch immer irgendwie mitspielt... Und wie du sagst... Du... Entscheidest irgendwie... Äh... Die Personische Giggel... Ja... Und stellt sich dann heraus... Dass es so ist... Weil wahrscheinlich eben die... Ja... Aber eben... Deine Vorahnung... Trotzdem vielleicht noch ein bisschen beeinflussend ist... Und keine Ahnung was... Oder... Und ich habe irgendwann gemerkt... Alles, was die Leute entscheiden... Und machen... Hat immer mit ihnen selber zu tun... Das heisst... Wenn du jetzt... Dann beginnst zu arbeiten... Und die Leute sagen... Das ist ein arrogantes Sieg... Und du sagst... Ja... Ich bin ja genau so gesehen... Wie ich gesehen bin... Dann ist ja schon wieder arrogant... Dann ist es vor allem dort... Schon das Problem... Also weisst... Ich weiss noch... Wie Freunde von mir... Die haben... Die haben... Zwei Betriebe... Gefeiert... Und zwar mit genau... Identischer Philosophie... Und was weiss ich... Und mit der Zeit... Im einen Betrieb... Hat es riesen Chaos gegeben... So wie einen Aufstand... Von den Mitarbeitern... Und im anderen Betrieb... Null... Ja... Und dann bist du auch... Irgendwann am Punkt... Wo du sagst... Aber es sind jetzt... Bei mir... Zu dem einen... Mega Arschlöcher... Und zu dem anderen... Nein... Und dort hat es eine Eigendynamik gegeben... Wo irgendwie... So zwei, drei... Äh... So... So Gift... Ja... Menschen... Irgendwie anfangen... Das Zeug zu infiltrieren... Und dann sage ich... Irgendwann... Ja... So ist es... Das sind... Ja... Das geht ja gar nicht... So ein Arschlöcher da oben... Hey... Jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir... Aber im Falten... Okay... So... Und irgendwie... Sie haben dann wieder Beweis gehabt... So... Nein... Also wir sind nicht schuld... Genau... Oder wir sind doch nicht so schlechte Menschen... Ja... Wir waren doch noch lieb... Oder doch noch anständige Arbeitsbedingungen... Oder so... Genau... Das ist... Zum Teil eben... Ist es... Ist es von den Leuten aus... Und nicht von dir aus... Nein... Aber trotzdem finde ich es schlimm... Also weißt du... Das Schlimme finde ich... Ja... Das Schlimme... Die Erkenntnis, die du dann hast... Du denkst du mir so... Ah... Eigentlich interessiert es mich nicht so... Was andere Leute von dir denken... Aber gleichzeitig machst du das selber... Also weißt du... Dass du dann entscheidest... Den finde ich blöd oder nicht blöd... Dann denkst du... Ach... Eigentlich kann es doch völlig egal sein... Was diese random Person... Für eine Rolle spielt in deinem Leben... Weiß ich nicht... Ja... Ja... Die engen Zirkel... Ich sage immer... Ich schäme mich eigentlich... Von Leuten... Von Leuten, die ich nicht kenne... Ja... Das ist mir eigentlich egal... Ja... Ja... Sie sehen dich vielleicht noch... Und so... Was soll schon passieren... Also selbst wenn ich jetzt... Nackt... ...und so... Hölle Tage... Und dann... Sorry... Jetzt hättest du dir... Die Fäldernucki... Dann stört es sich ja... Aber darum finde ich immer so... Eigentlich... Solltest du... Also ich mir selber auch nicht... Oder im Auto verkehrt... Wir sind ja auch kurz drauf gekommen... Ja... So... Wenn die Nerven drauf regnet... Bei irgendeinem... Wie in einem Autofahrer... Dann denke ich so... So ein Recht nimmst du dir aus... Vielleicht fährst du ja gar nicht besser... Ja, ja, und vor allem, also dort habe ich auch so gemerkt, ich kann recht gut mich entziehen von eben so grossen Zurteilen über andere Leute oder so. Das mache ich wie gar nicht mehr. Und wenn ich jemanden nicht mag, dann eben, dann... Dann hast du auch nichts mit dem zu tun. Genau, dann lasse ich mich auch nicht mehr irgendwie stressen. Weißt du? Man läuft so, ja, hey, das ist ein Problem, oder? Und dann gibt es so ganz kurze Interaktionen, zum Teil, die du dann gleich mit diesen Leuten haben musst. Und dann bist du so... Also kürzlich habe ich so eine Interaktion gehabt. Und ich habe mich einfach wirklich ganz zusammengerissen, dass ich nicht sofort gesagt habe, du bist ein Arschloch. Aber ich habe es gelohnt. Weißt du, aber so der Impuls ist schon da gewesen. Und dann habe ich gesagt, hey. Schöne, danke. Und dann bin ich einfach gegangen. So. Dann ist alles okay. Also dann musst du nicht nur zusätzliche Konflikte generieren. Nein, nein, nein. Und sonst ist es aber, das ist dann eben zwei Sekunden und danach hat Lonnie es wieder. Und zehn Jahre später liege ich im Bett und mache... Ah! Happy Dog! Nein, aber so, eben, die Dinge loslassen, konstant. Los, los, los. Das machen wir jetzt eben in unserem fortgeschrittenen Alter. Mega. Genau. In unserem professionellen Alter. Und umgekehrt, das schaffe ich eben noch nicht so, dann zu denken, hey, weil, eben, die Leute sind ja eh mit sich selber beschäftigt und es ist ihnen eh scheissegal, was bei dir abgeht. Das, ich bin ja, ich bin noch zu fest so ab und zu so, uh, ich muss schon schauen. Also, was denkt der oder sie jetzt von dir? Und das schaffe ich... Ja, gut, aber bei dir ist es natürlich auch... Also, wie soll ich sagen, bei dir ist es ja auch etwas, also, keine Ahnung, wenn jetzt alle Leute rausfinden, du bist ein Dubu, als Comedian, dann ist es ja auch nicht gut. Ja, aber... Also, bei dir spielt es fast noch mehr Rolle. Eben, aber wahrscheinlich finden sie eh schon die Hälfte. Ja, die kannst ja... Oder sie haben gar keine Meinung. Also, es gibt irgendwie so eine Statistik, oder? Ich glaube, 20%, egal, was du schon gemacht hast, finden die, glaube ich, von Anfang an sowieso ein Aschloch und für dich wirst du immer ein Aschloch bleiben. 30% finden die, glaube ich, von Anfang an super cool, also, ich weiß nicht, ob die Zahlen, also, ich will da nicht die Dinge festmachen. 30% finden die super cool, oder? Und 50% wissen noch nicht, was sie von dir sollen halten. Und du musst dich nicht um die 20% scheren, weil die wirst du eh nicht beeinflussen können. Also, du kümmerst dich einfach nur um die 50%, die noch nicht wissen, ob sie dieses Aschloch finden, oder doch gut. Also, die anderen 30% hast du ja eh schon im Sack, oder? Also, so ein wenig lapidar ausgedrückt. Ja, und ich nehme an, dass sich mit der Zeit dann auch verändert. Ja. Weil, das merkst du immer, wenn du dann irgendwie... Sobald du etwas ein bisschen Traktion kriegst, springen Leute auch wieder ab, weil dann ist es ja nicht mehr cool. Mhm. Du weißt? So, äh, irgendwie verkauft, verkauft Seele und äh, was soll das eigentlich? Und, äh, gar nicht, gar nicht richtig real und all das Zeugs kann es geben, oder? Ja. Ähm, und, und auf der anderen Seite gibt es dann Menschen, die irgendwann so, ja, zuerst mal nicht so, eben, noch nicht so eine Meinung hatte und, äh, jetzt ein bisschen mehr Meinung, et cetera, et cetera. Aber ich glaube, ich glaube, es fährt, es fährt schon dort an, wie du sagst, es gibt eh Leute, die von Anfang an finden, gefällt mir nicht, ist gar nicht. Ja. Und die kannst du selten überzeugen. Nein, du musst ja keine Energie verschwenden für das. Genau, und das ist wahrscheinlich der, das, der mega Druck. Und darum sage ich, mir ist jetzt, eben, ich schaffe noch daran, so wichtig kann es nicht sein, was jetzt Leute von mir, äh, denken in einer Interaktion. Mhm. Wo, keine Ahnung, also, ja. Nein, also, eben, darum sage ich ja, aber das ist ja, also, es ist ja lustig, es gibt Situationen, wo du wirklich innerhalb von wenigen Sekunden, wie du sagst, kannst du wegwischen und sagst, hast du mir gleich. Und gleich gibt es dann wieder Situationen, wo du denkst, was sind irgendwie noch zwei, drei Tage nervt oder beschäftigt oder so, sagst du, das ist eigentlich so, das ist so, das soll das. Aber ich weiß nicht, wo der Unterschied liegt, warum du das zehnt oder andere machst oder so. Und vor allem, was ja auch noch dazu kommt, ich meine, das hast du ja jetzt schon gemerkt, es gibt Leute, die lernst du ihn kennen und sie sind Arschlöcher und sie sind es einfach nach unseren, keine Ahnung, nach unseren Parameter. Ja, genau. Aber sie sind trotzdem erfolgreich. Ja, je gut erfolgreich ist, dass du nicht zwingend, dass du, was man muss ja sagen. Genau, das heisst, du merkst ja dann irgendeinem auch, mach es einfach so, wie es für dich stimmt. Genau. Oder, dass du gut pennen kannst. Und es gibt anscheinend, Leute, die können sehr gut pennen, auch wenn sie ein Arschlöcher sind. Ja, natürlich. Dann sollen sie es machen. Ja. Aber es ist leider nicht überall immer nur Gerechtigkeit am Walten. Nein, natürlich nicht. Und Karma geht sicher ein Stück weit, aber ich glaube, eben die, die das Karma sozusagen trifft, die merken es nicht einmal. Ja, aber die finden es dann auch so, ja, das ist gut, ja, ich fühle mich bestätigt in dem, das ist super, grossartig. Genau. Und darum ist es, glaube ich, wirklich so zu leben, wie man es selber für richtig hält. Und wenn ich dann eben denke, so eine Mikrointeraktion an der Hangstelle, aber es ist doch so, an der Hangstelle, dass ich jetzt nicht zu dieser Person bin, gibt es mir etwas. Ja, aber was mir auch schon auffallend ist, früher hast du dich viel mehr zurückgenommen. Also weißt du, als 18-Jähriger, sage ich jetzt mal, hast du wie so gefunden, okay, weil jetzt die Person über mich schimpft oder so, hast du es gefunden, oder als 16-Jährige, du nicht blöd oder so. Also zumindest bei mir, das ist ja so zu höflich gewesen, du bist lieber zu den Eltern, Leute und so. Aber jetzt heute denke ich so, jetzt musst du auch nicht mehr alles auf dir sitzen lassen lassen. Ja. Also so völlig sinnlose, irgendwelche Anfindereien, also du denkst, hey, also... Ja, ja, ich habe es eben genau umgekehrt gehabt. Und dort finde ich es dann eben eigentlich noch fast lustig, weil ich finde, dann hole ich abends noch extra einen rein. Oder dann leistest du wie extra noch irgendwie Widerstand oder fast mit den Leuten anfangen zu diskutieren, wo ich finde, hey, jetzt ist irgendwo mal genug heute unten oder so. Oder Lars hat es dir wie nicht mehr gefallen. Ja, ja. Und das ist bei mir, als ich jünger war, völlig... Also dann hast du so gefunden, lieber nicht. Und jetzt finde ich so, hey, also bitte sehr, gell. Ja. Ich habe es genau umgekehrt gehabt. Ja? Ja. Also jetzt ist er völlig... Keine Ahnung. Also ich habe mich nicht mal auf jetzt bezogen, sondern eben so mit 18, 19. Ja, hast du jetzt völlig die rebellische Phase gehabt. Oh mein Gott, ein Bündel von absoluter Selbstüberschätzung. Gut, dann ist es ja so ein Bedenkstil, der deine Rolle gespielt hat, wie hat die Serie geheissen? Weil man im SRF gekommen ist. Nein, das war sogar später. Das war später. Dann hast du ja noch so den coolen Gigo gespielt in der Serie. Ja, ja. Das hat sich dann entdeckt mit deinem normalen Leben. Nein, das ist schon ein bisschen böser gewesen. Nein, ich wollte natürlich schon immer lustig sein. Aber ich kann es jetzt auch nicht mehr genau in einer Timeline haben. Aber ich glaube schon, und das muss auch so sein, ich habe das jetzt gerade in einem anderen Podcast davor gehabt, dass mit so einer wirklich etwas Naivität, die du dann hast, das dreht dich dort überhaupt. Wenn du da schon immer hinterfragen würdest, wie gut deine Talente sind und was du wirklich kannst und ob du sozusagen das Anrecht hast, um überhaupt das zu machen und neu zu sein, das hinterfragst du alles gar nicht zu dieser Zeit. Sondern du bist einfach so, ja, ich bin der geilste Sieg und darum mache ich jetzt auch die Fernsehsendung und darum bin ich jetzt da und was auch immer. Und erst, wenn du dann anfängst, das Zeug hinterfragen, dann kommst du erstens in eine super, super schlimme Depri-Phase. Und wenn du aus deren rauskommst, dann hat sich, glaube ich, auch alles so ein bisschen entspannter. So ist es bei mir gewesen. Das ist eigentlich meine Timeline gewesen. Und darum ist es so mit 18, 19 Jahren. Jetzt wird es gesehen. Hey, wenn irgendjemand kommt, hey, fick dich, was ist eigentlich dein Problem? Hey, 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 du, hey, im Fall, hey. Aber dann haben wir noch nicht so von Braten und so geredet, oder? Oder Alten. Braten, Alten. Nein, was haben wir dort immer gesagt? Geh, hast du irgendjemand in den Episoden erzählt? Ich glaube, wir haben irgendwie so off the record im Studio über irgendetwas geredet und es ist irgendwie das Thema Gender. und Zeug und Sachen aufgekommen. Oh, immer ein schönes Schlagwort. Nein, es macht nichts. Also völlig lustig. Und dann hat irgendwie, glaube ich, einer von den Experten gesagt, hey, solange zwei junge Mädchen sich gegenseitig Alten sagen, ist die Gender-Frage wie ein bisschen überflüssig oder so. Ja, oder sie ist eben erst recht. Also es ist wie so, also ja, darum, hey, also es kann ich nicht. Was haben wir gesagt gehabt? Das ist, das ist, ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich weiss es wirklich nicht mehr. Hey. Also eben, das ist Sprachgebrauch von damals und heute. Fett. Fett, haben wir Fett gesehen? Gut, ich bin natürlich noch ländlicher aufgewandt. Bei uns ist alles Fett gewesen. Zeitlang ist alles Fett gewesen. Fett. Fett. Ey, Fett. Und ich habe mal ein Video gefunden, wo tatsächlich ich eben mal noch auf der Ski-Piste bin, mit dem Snowboard. Also vor 15 Jahren. Genau, dort war das Snowboard voll trendy. Snowboard wird wieder trendy. Und wir, ohne Scheisse, wir haben von A bis Z geredet wie der Ali G. Ali G in der Hals. Wirklich. Das ist wirklich so, weißt du, ich so mit meiner Homecam, so im Filmen, wie wir irgendwie so auf so 20 cm Buckeli so coole Jumps machen. Und der ist wirklich einfach so gesehen. Ah, nein. Yeah. Booyakasha. Woo. Come and not yell like Cleopatra. Bravengir. Weißt du, zwei Minuten. Für jemanden, der sich zwei Minuten angelassen hat, hat das eigentlich nichts Inhalt. Natürlich nicht. Natürlich nicht, aber es ist einfach dann so. Ey, fette Jump in it. Booyakasha. Jungle is massive. Wicked. Wicked. Jungle is massive. Ich glaube, wir müssen wir das wieder mal auch gehen. Da kannst du nicht mehr schauen. Das ist absolute Grütze. Das ist ganz schlimm. Weißt du aber nicht. Der Film, also es gibt es natürlich, wo man als Ali G Interviews macht und so. Ja, also gewisse Situationskomics. Das hätte schon ein geiles Zeug. Aber der Film Ali G in the house ist, nein, es geht nicht. Es geht nicht. Ja, also ich muss mich davon überzeugen. Aber eben, wir haben dort zum Beispiel, das ist einfach, als wir nur so geredet haben. Und ich weiss auch nicht, mein Vater hat auch mal gesagt, ich glaube, früher hatten die Leute nicht so eine Selbstbewusstsein gehabt. In so ein Team. Aha, also hast du dich wirklich mehr zurückgenommen. So die ältere Generation. Genau. Und ich glaube, das wird jetzt mittlerweile auch noch mehr gepusht, weil du kannst ja alles werden, was im Grundsatz etwas mega Tolles ist. Aber du wärst ja auch nicht mehr wirklich ein Beruf, sondern wenn du willst in der Öffentlichkeit sein, dann schaffst du auf Instagram oder TikTok. Ja. Ja. Du schaffst mal. Oder gehst, wie du vorhin schon angesprochen hast, zum Bachelor. Ja, den kannst du jetzt auch schon wieder nicht mehr. Ja, der hat so ein bisschen an Strahlkraft verloren. Er hat nicht mehr so Quote. Aber du kannst es machen, ja. Also, selbstverständlich sind wir wieder, wenn das jemand macht, was bin ich für eine Person und das eigentlich so beurteilen? Weisst du, wie ich meine? Für diese Person stimmt das ja dann. Genau, ich beurteile es gar nicht. Aber ja, natürlich. Ich sage nur, Selbstbewusstsein ist sicher höher, weil du kannst so etwas machen. Ja. Ja, aber es hat auch, glaube ich, jetzt gewiss, es hat auch mit der ganzen Erziehung zu tun. Also, weisst du, früher ist auch noch konservativer erzogen worden. Und es ist auch cool, dass die Eltern jetzt deinen Kids mitgeben. Du kannst eigentlich werden, was du willst. Also, je nach sozialem Umfeld und Land und was auch immer du aufwachst. Aber wir in der Schweiz sind meistens das Privileg, dass wir das plus minus können. Ja. Also, eben, plus minus, je nach je. Aber ich finde es schon noch irgendwie... Also, eben, ich habe wieder das Gefühl, so... Weisst du, wenn du jetzt umkehrst? Wir sagen jetzt natürlich so, eben, irgendwo kannst du ja mal etwas gegen jemanden sagen, oder wo älter ist. Ich meine, was animiert er dich als, sagen wir mal, irgendwie 60-80-jährige Person oder so, irgendwie die jüngere Generation schlecht zu machen? Ja, ja. Also, weisst du, es ist wie so das Kettblatt dazu, finde ich auch so... Also, was nimmst du dir aus? Ja, nur weil du jetzt halt irgendwie älter bist oder so. Also, weisst du, für mich ist, äh... Sagen wir mal, Respekt auch nicht eine Sache des Alters. Eigentlich. Also, ja, grosser Respekt vor älteren Leuten, muss ich sagen, weil die einfach weit aus mehr lebt auf dem Kasten und wahrscheinlich auch um einiges strenger gearbeitet hat, als wir das jetzt heute auch müssen machen. Ja. Auch wegen technischer Fortschritts an den Sachen und Sachen. Aber andererseits, wenn du mit 80 ein Double bist, bist du mit 80 ein Double. Und wegen dem solltest du jetzt so mehr Respekt haben, weil du älter bist. Das geht irgendwie nicht auf. Nein, aber... Aber unabhängig vom Respekt, wenn jemand 80 ist und ein Double, das wird sich auch nicht mehr ändern. Hey! Dann ist es irgendwie wurscht. Dann ist es ja schon Hopfen, um Alters zu machen. Ja, aber was willst du denn irgendwie... Ich staune dann, wie dann zum Teil Leute wirklich drüber diskutieren und irgendwie... Ah, deine Meinung ist eben veraltet oder keine Ahnung was. Das ist 80. Spätestens 20 Jahre ist die Meinung nicht mehr. Und die wird ja selten so weitergehen, weil es ist ja wirklich so eine Generationending, wo du einfach mit der Zeit merkst, und wir haben jetzt auch schon eine Generation unter uns mit auch schon Meinungen, wo wir nicht mehr ganz mitkommen und irgendwie so... Hä? Wirklich? Und ich glaube, das ist einfach der Lauf von der Zeit. Ah, das ist völlig... Es ist einfach so. Und das ist einfach... Wie auch immer die Meinung ist, ist mittlerweile so wie ein Problem, dass man die probiert, um das Verrecken zu überstimmen und zu sagen, nein, die Meinung ist die falsche Meinung. Religion und so überall auch. Also weißt du, also das ist immer wieder ein Riesenfass auf. Aber so im Sinn von... Das ist immer ein gutes Schlagwort. Oh, schön, Religion. Wie Gender. Genau. Was haben wir noch? Gender-Religion. Alles mit G. Ah, Climate Change, aber das ist mit C. Climate Change. Nein, es hat noch eine G am Schluss. Ja, genau. Aber darum sage ich ja, also das ist ja... Die Sache über die Meinung, finde ich immer so... Es ist ja zu cool. Es ist ja eigentlich alles erlaubt. Du kannst ja glauben, was du willst. Du kannst machen, was du willst. Also, außer irgendwelche Sachen, die wirklich nicht gehen. Also strafrechtlich gesehen, meine ich... Ja, machen kannst du sie gleich. Ja, ja, machen kannst du sie gleich. Ja, genau. Aber ich finde, der Punkt ist ja der Problem, was ich finde, wenn du damit irgendwie jemanden überzeigen willst, der aber nicht der Meinung ist. Genau. Also weißt, das ist so... Und sonst... Ja, und darum ist es ganz wichtig, liebe Leute, da aussen. Achtung, jetzt werden wir noch nicht. Ich finde, der Wandel ist echt gut, was wir gemacht haben, finde ich. Oder wir sind irgendwie von ein bisschen Fiein und dann über Bisi und Zeug und Sachen abrennen, über irgendwelche gemütete auf einem russischen Tauchboot irgendwie rausfahren. Gemütete Anzüge. Ja, genau. Gemütete Anzüge. Es wird ja sicher noch daran kommen, dass ich es gemütete gesagt habe. Du hast es erst gekauft gesagt und dann korrigiert mit gemütet. Ja, ja. Aber es ist ja in dem Sinn wirklich so gewesen, aber es ist in dem Sinn nicht in dem Sinn negativ gemeint gewesen. Das Damoclash-Fett hängt über dir, bla bla bla. Aber ich finde, jetzt sind wir doch noch recht anständig geworden. Also fast ein bisschen philosophiert. Ja, das ist im Normalfall. Das kommt in den Philosophen als Philosophierer. Das ist etwas anderes. Nein, aber ich finde schon nur den Austausch immer wichtig. Ja. Und das ist auch der Feelgood-Podcast. Ist das der Feelgood-Podcast? Es ist ohne Scheisse. Also es fährt immer schlimm an und wird dann immer ernsthafter gegen ihn aus. Ich glaube, es ist schon oft so das Pattern. Aber ich glaube, das gehört auch dazu. Ich meine, was wäre jetzt gewesen, wenn wir angefangen hätten und ich hätte gesagt, ich hätte gesagt, wie fühlst du dich wenn du wenn du im Austausch mit Menschen merkst, dass du manchmal nicht gleicher Meinung bist. Oder irgendetwas. Dann ist es so, ah, dann hast du auch die ganze Schwere drin. Ich stelle ja eh nicht wirklich Fragen oder so. Das soll ja nicht so sein. Eben, wir lachen einfach. Und manchmal gut sind die richtig, manchmal gut sind die richtig. Und es ist wirklich so, das ist so ein Grundthema, das ich immer wieder merke, und darum kommt es sicher auch irgendwie in diesem Podcast vor, dass man heutzutage gerne Teams wählt, eben nicht nur im Fussball. Wo man dazugehört, Mensch. Ja, wo man oft wirklich sich entscheidet, entweder das oder das, und alles andere geht dann nicht mehr. Und ich bin halt sehr für einen offenen Diskurs und merke auch immer, wenn ich an mir arbeiten muss, dass eben, wenn jemand nicht meiner Meinung ist, dass das jetzt nicht ein schlimmer Mensch ist, sondern einfach eine andere Meinung hat. Und das ist auch okay. Weil in allen anderen Belangen habe ich es ja super mit diesem Mensch. Genau. Zum Beispiel mit dem Freddy Becker. Ja, der hat einfach scheiss Klubs, aber sonst. Aber sonst. Nein, also ich kenne ihn nicht so gut wie du, er ist ja bei uns, teilweise auch im Studio. Ja. Aber völlig unkompliziert, also darum habe ich dieses Beispiel auch gemacht. Nein, vor allem, was ich eben zum Beispiel, genau, was ich ja bei ihm gemerkt habe, ist, das ist wirklich nur in den Köpfen von meinem 14ergen ich, der dann so findet, scheiss, scheiss andere Mannschaft. Aber gerne, das ist ja... Und die untereinander, die gehen kurz Nachtessen und machen ein Sprüchchen und haben es gut und wissen auch viel voneinander und haben kein Problem miteinander. Es gibt halt einfach ab und zu mal einen Match, wo man gegeneinander muss. Ja, aber es ist ja, ich meine, es ist ja auch noch lustig, du machst es eigentlich nur im Sport ein Paupti. Also weißt, der Sportchef an einem Fürsich ist ja nicht mal der, der auf dem Rasen ist und trotzdem findest du ihn erbladen, weil er beim falschen Verein ist. Aber, sagst du mal, keine Ahnung, weil jetzt einer im Triemli oder einer im Inselspital sagst du dann nicht, hey der, der schafft im Triemli, das ist ja immer für dich nie gegangen, das ist ja mega gekocht. Und der andere beim Inselspital, also der ist einfach, ich gehe zum Arzt. Genau. Also es ist ja wie ihre Berufsgattige auch, sie ist ja einfach Sportchef. Ja. Und irgendwo, wo musst du ja leben und also, und das ist einfach ein Beruf, den du machst. Mit Sympathie für einen Verein. Gut, aber ich habe schon so viele Tattoos gesehen, wo steht Triemli forever. Ja genau, so hinten, hinten so, die rechte Vöderbacke sind wir gut ausgebessert. Genau. So. Bis wir, Triemli forever, bis wir sterben, in Klammern, was wir beim anderen Spital würden. Ja genau. Ja genau. Das kenne ich schon. Ja. So ein, so ein Blutungsinselspital-Logo. So ein Triemli-Spital-Tattoo. Jesus. Triemli, weißt du, so richtig auf der Schulter. Ja, hier. Triemli. Triemli till I die. Genau. Und dann machen sie noch den Triemli-Schwur. So. Ich glaube, der Tiefpunkt ist erreicht. Was? Das Triemli-Tattoo ist der Tiefpunkt? Also Tiefpunkt. Ja, ist okay. Hast du noch etwas über Sprache? Nein. Ich habe kein Tattoo. Stimmt, hast du noch kein Tattoo? Nein. Also nicht, weil ich finde, schöne Tattoos am richtigen Ort sind etwas mega Schönes. Ja. Aber bevor ich, also die Frage ist immer, muss ich mir glaube, stellen wäre, also erstens, was? Wieso? Ja. Und wo? Ja. Und das sind so ein bisschen die drei Fragen. Und ich kann irgendwie alle drei nicht wirklich beantworten. Und wenn ich das nicht kann, brauche ich ja noch kein Tattoo. Das ist so. Sonst finde ich es mega toll, aber irgendwie so, ja, da ist es dann wie, wenn du irgendwie findest, so, jetzt habe ich das da, wegen was, und so Dinge, findest du dann auch nicht cool. Achtung. Der Johnny Depp. Ja, hat noch etwas von Amber Heard, oder was? Nein, er hat irgendwie ein anderes gehabt, aber es ist ja in dem Trial, wo jetzt irgendwie sie gefühlt sieben Wochen geht, wo sie oft alle Details probieren auszulabern. Er hat aber etwas Schönes gesagt, wo es eben darum gegangen ist, irgendwie wegen dem eigenen Tattoo, bla bla. Er hat gesagt, ähm, es ist für ihn wie ein körperliches Tagebuch, sozusagen. Und das hat natürlich etwas, weil ich bin bei gewissen Tattoos, die ich habe, die würde ich heute nicht machen. Das heisst aber, weder, dass ich sie bereue, noch, dass ich sie scheisse finde, sondern für mich ist es wirklich stellvertretend für die Zeit damals. Und ich finde darum auch schön, wenn man gewisse Erinnerungen oder gewisse Momente in einer Form von einem Tattoo festhält. so. Und, ähm, ich sehe aber auch genau, ich weiss noch, wie es bei mir war, ich hatte auch lange keine. Ja, als wir uns kennengelernt, hast du noch keines gehabt. Genau, und dann habe ich eins gemacht. Und jetzt ist halt das Tribal, das Tribal über dem Vödel ist dann auch irgendwie gegangen. Genau, ich bin mit dem auf die Welt reise und alle haben gesagt, hey, das ist voll voll out. Und ich sage, okay, dann mache ich so die ganze Schulter, so ein Maori-Ding. Das ist auch nicht cultural appropriation oder so. Wobei, man muss sagen, das ganze Maori-Ding finde ich mega schön. Finde ich etwas mega schönes. Aber, aber eben, ich sage jetzt etwas, das ist der Grund auch, warum es ist. Ich sage jetzt etwas, was vielleicht missverstanden könnte werden, aber ich sage, man sollte eine bestimmte Hautfarbe dafür haben, weil es sieht dann einfach ein bisschen geil aus. Ja, also nebst dem ästetischen Spektrum. Also weisst, da kommt ja noch dazu, also du kannst nicht, also, du kannst, Entschuldigung, du kannst natürlich. Ja. Aber, wenn du jetzt irgendwie so ein Tattoo hast, was du irgendwo in einem Hollywood-Film hast oder so, und da kommt irgendwie, keine Ahnung, der Rock oder mit zerrigen Armen und du schaust das Tattoo halt so ein bisschen an, das wirkt halt nur gut, weil du wirklich so einen Arm hast, aber wenn du halt dann einfach einen sehr dünnen Arm hast, weil du jetzt Triathlet bist oder so, und du hast so ein Tattoo, dann kommt es vielleicht komisch rüber, oder es gefällt dir halt das Aussenstehende dann nicht. Ja, und vor allem eben dann noch mit dem rötlichen Stich. Ja, ja, schön. Dann sind wir wieder bei der Lederkappe von dem Tauchler. Ja, das ist wirklich so. Darum eigentlich die, die, wenn du einen dünnen Arm hast, solltest du den Architektenring machen. Ah, die schwarzen. Die einfach so schwarze, fette Streifen. Aber der hat schon so etwas, der fragt mich dann, das ist ja, also was ist, was ist jetzt der Benefit von diesem schwarzen Rave? Der ist ursprünglich. Ich weiss nicht, ich kenne mich überhaupt nicht aus der Tätenszene, aber ich frage dann so, ich weiss nicht, ob es stimmt. das ist nicht so spezifisch oder speziell. Genau, und ich weiss nicht, ob es stimmt, aber sei ursprünglich, sei es wirklich mal gesehen, Architekten haben das gemacht, um ein Erkennungsmerkmal zu haben. Ah, gehen wir um den Architekt? Keine Ahnung. Du würdest einfach so alle quatschen. Keine Ahnung. Oder du kannst natürlich Materialstärke messen. Da hast du so drei verschiedene Ringe und dann wirst du gleich, das ist ein Zentimeter. Boah, fünf Zentimeter, gut. Das ist ein gutes Material. Na, mit dem gehen wir. Das ist doch lustig. Das finde ich jetzt geil. Was ist das so, in irgendeinem Messtabell hast du jetzt so gut eine Lineal-Hufe-Unterhand-Tätowier? Eine Lineal, finde ich jetzt Weltklasse. Ja. Ja, weil der Beruf danach ist, weil du dann schneller bist, weil es ein Benefit ist. Ich meine, ich meine, ich habe ihn heute schon erwähnt, sage ich mal so, der eine Kollege, der hat so ein Bear Grylls-Armband, wo, warte jetzt, du kannst irgendwie etwas aufmachen und dann hast du so ein mega, mega rissfestes Seil. Okay. So. wo ich irgendwann habe mich zu sagen, Alter, für was brauchst du das? Du wohnst, du wohnst in der Stadt. Ich weiß nicht, vielleicht bringt man die Hütte und du musst aus dem zweiten Stock runter. Du wohnst in der Stadt, im sechsten Stock, in einer Stadtwohnung mit einem Balkon, musst du dich irgendwann abseilen oder was. und die Hütte ist wie lang? Wahrscheinlich 10 Meter, da kommst du zum sechsten Stock. Du kommst immerhin bis zum fünft und dann am fünftigen kannst du wieder in viert. Wow. Komm, bis du unten bist, ist das Haus abfremd. Genau, kannst du genauso gut auf die Stage dranbleiben. Gut, ähm, abschliessend eine Frage. Uh, was hast du hier vorne gezogen, äh, Christoph? Tattoos for Architects. Aha. Aber du hast jetzt sicher einen Master. Gut, das ist, glaube ich, einfach so ein... Das ist eigentlich so ein Gag, ja. Ja, das ist so ein Gag. Ego. Gut, du hast, das Dreamli-Tattoo ist drauf. Rest in peace. Und links. Wow. Vor allem, vor allem, äh, was soll das sein? Auf irgendeinen, irgendeinen Turm. Es gibt jetzt wieder schiefen Turm von Pisa, aber es ist eigentlich ein Penis. Ja, gut, Phallus im Bogen. Ornament Crime. Enough said. Gut, aber es hat ein paar lustige. Du Homeboy. Du Homeboy, finde ich geil. Siehst du das? Zu obersten in der Mitte. Ober in der Mitte. Da ist die Kamera vorne dran. Ich habe es heute noch nicht. Das ist das Haus des Nikolaus. Ist doch das, das kann ich nicht. Ich muss mir jetzt an Seiten anschauen. Vielleicht findet ihr noch ein bisschen Inspiration. Für weitere Tattoos, meinst du? ob ich bei das nächste schon. Wo? Darfst du es schon verraten? Ich glaube, es ist immer so blöd, wenn man das dann sagt. Aha. Nein, ich weiss was. Ich weiss noch nicht wo. Okay. Und zwar, äh, ein Mikrofon. Aha, überraschend. Aber so ein cooles altes. Oder so etwas Neues. Äh, das SM58. Okay, ahne, was das ist das jetzt. Ja. Shame on me. So Technik. Gib mal hier, Shure SM58. So. Absolut das klassischste Mikrofon, was es gibt. Also, vielleicht kommt es mir jetzt mega bekannt vor, aber ich habe dir relativ schlecht irgendwelche Artikelnummern. Aha, einfach so das. Ja. Das ist so die Adilette von den Mikrofonen. Adilette. 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 Adilette von den Mikrofonen. Jetzt kriegen wir aber Probleme. Wieso? Dürfen wir, Kleenex dürfen wir sagen, aber Adilette. Nein, Adilette. Das ist eine Beleidigung. Was, Adilette? Die laufen daheim in Adilette rum. Schau, dynamisches Gesangsmikrofon. Wow. Das als, ja, das natürlich nicht als... Hat noch 20 plus auf Lager. Nicht als fotorealistisches Bild, sondern mehr so ein bisschen. Hm. Eigentlich so, wie die, vom Stil her, wie die Architekt-Dinger gesehen sind, aber das als Mikrofon. Irgendwas. Was machst du, um dich gut zu fühlen? Letzte Frage von diesem Pod zum Abschluss. Ähm, eigentlich mega simpel. Also das, was wir am Anfang schon ein bisschen bestanden haben. Ich habe es mir schon gedacht. Ich bin mega glücklich echt draussen. Also draussen in der Natur, in den Bergen oder irgendwo sonst. Und ich glaube, so essentiell ist einfach, ähm, du hast ja nicht eine ewigslange Lebenszeit, oder zumindest jetzt noch nicht. Wir wissen ja nicht, was der technische Fortschritt noch bringt. Ähm, aber halt einfach mega viel wie von dieser Welt irgendwie zu entdecken. Und auf diesen Entdeckungen bin ich meistens am glücklichsten. Also, auch wenn es eben mal irgendwie eine mega schlechte, keine Ahnung, Gescheitour ist, oder was auch immer. wenn es irgendwie mega Schiffe nehmen und du denkst so, Scheibe, was mache ich eigentlich da? Aber es ist genau der Moment, wo du wahrscheinlich länger wird bleiben, als irgendetwas so, was voll nicht extra ordinär ist. Oder so. Ja, natürlich. Also, es ist ein schöner Sonnenuntergang, natürlich, das bleibt dran, aber das hast du immer wieder mal. Aber so eine richtige blöde Situation, wo du am Schluss darüber lachen kannst, finde ich, das hat ja, in dem Moment ist es mega schlimm, aber eigentlich im Nachhinein ist es, bist du mega froh, ist es irgendwie passiert und hast es mega galt, wenn du irgendwie wieder über das unterhalten oder darüber lachen oder so. Ich glaube, einfach entdecken so als Überwort und das in der Natur. Ich glaube, dann bin ich am glücklichsten. Und hast du kein Problem, frei aufzustehen, um das zu entdecken? Nein. Nein, das ist, also, lustig ist ja, im Radio, gut ohne, du hast downtown gehabt und ich habe zwischenzeitlich, sehr bewusst, ich durfte die Morgenshow machen, weil die Leute militär sind und so und am Samstag am Morgen und jetzt habe ich einen völlig anderen Beruf, Spotschimmer am Abend und bis um Mitternacht und trotzdem, ich habe null Probleme morgen aufzustehen. Also, ich würde mich als expliziter Morgenmensch bezeichnen und ich stehe auch gerne auf, aber es gibt auch Tage, wo ich mega müde bin. Ja. Aber es ist, es gab so eine Werbung, ich glaube, vor ein paar Jahren mal und es trifft es eigentlich mega gut, ich glaube, von Black Diamond oder so, halt Abenteuer passieren halt nicht zwischen 8 Uhr und 5 Uhr. Ja. Das ist echt nicht so. Ja. Und dann musst du auch früh aufstehen. Meistens. Ja. Oder spät ins Nächst. Ich bin für zweit. Du bist für zweit. Ja, eben, darum sage ich einfach so. Aber früh aufstehen ist kein Thema. Es ist wirklich easy. Ich bin auch mega schnell wach. Also, ich stehe auf und bin wach. Ja. Ich finde, ich finde, einen schönen Gedanken, dass quasi die schlimmen, eben in Anfangs und Schlussstrich, schlimmen Momente, dass wir die so, ich sage immer, romantisieren. Ja, das tust du natürlich auch. Das klingt manchmal ein bisschen negativer, als ich es meine, weil es ist tatsächlich so, ich sehe in dem, sehe ich wirklich so einen mega, so einen mega Genuss. Und das ist, ich habe es immer mit der Comedy verbunden, wo ich dann sage, hey, wenn etwas Beschissenes passiert, ich kann es ja dann auf der Bühne erzählen. Aber es führte ja schon vorher an. Du musst nicht mal auf der Bühne erzählen, sondern einfach quasi sharen, einfach, dass du es irgendjemandem erzählst und die Person verreckt dann, verlachen. Allein für das hat es sich irgendwie gelohnt. und in diesem Punkt habe ich das Gefühl, du bist ein sehr positiver Mensch und Positivität kann man sich ein bisschen antrainieren, aber Positivität ist auch wirklich für mich eine komische Drohung, so eine Verdrohung im Hirn, wo du auch kappen kannst. Ja, wo einfach automatisch schon mal so ist, also so wie du wired bist. Es ist einfach schon mal so. Und danach bist du auf einer Ski-Tour und du hast keinen fucking Schnee mehr. Du bist auf Vollheim. Ja, und du musst ja runter. Du kannst ja nichts. Natürlich gehst du auf eine Ski-Tour. Du kannst ja nicht reingehen, Leute, es hat im Fall die letzten 400 Höhenmeter keinen Schnee mehr. Kommt mich jemand holen, mit Augusta wie immer. Dann sagst du, spinnst du eigentlich? Lauf doch eigentlich runter, oder? Aber du kannst ja, eben, das ist ja das. Du musst ja dann auch die Situation nehmen, so wie sie ist und wahrscheinlich scheitzt dich an in dem Moment oder es ist mega kacke oder du musst dich mega durchmurgsen oder du machst nicht mehr oder was auch immer. Aber im Nachhinein musst du dann irgendwie drüber lachen. Ja. den Manni kennst du ja auch, den WG-Mitbewohner. Ja. mit dem sind mal stossen mit Schneeschuhen und die Touren geschneit und man denkt, ja, wir laufen mal ein bisschen um und dann sind wir irgendwie ganz gerade gelatscht dort, weil es viel zu viel Schnee gab, wir sind abgesoffen und ein Stock ist verbrochen. Aber im Nachhinein schaust du immer wieder lustig auf dieses Erlebnis und denkst, was sind wir eigentlich für die Eppe gewesen? Aber das ist ja nicht schön. Ja. In diesem Moment ist es vielleicht gar nicht so cool, aber im Nachhinein ist die Wirkung recht groß. Also, liebe Menschen, habt euch gern, wenn jemand nicht die gleiche Meinung hat und gönnt, als Deppe durchs Leben. Das finde ich. Oh, schön. Gell? Das finde ich ein schönes Schlusswort. Wunderbar. Mit dem kann ich mich identifizieren. Darum bist du zu Gast gewesen durch Vollheim als Paradebeispiel für den grössten Depp, den ich auch gönnen konnte. Wann Mittwoch noch Zeit gefunden hat. Nein, ernsthaft. Ich habe es gedacht, als wir uns, was ist das jetzt, auch schon wieder vor eineinhalb Jahren haben wir uns mal getroffen, zum Essen. Ah ja, in downtown Volkerswil. Ah, dort auch. Nein, noch mal davor. Und nein, wir haben es nachgeessen. Mr. Wong. Ah ja, bei dir. Ja. Und ich habe es dort gedacht, das finde ich so schön, Menschen im Umfeld zu haben. auch wenn man sich jahrelang gesehen hat, man macht genau dort weiter, wo man aufgehört hat. Und man hat sich, ja wirklich, man hat sich nicht vergessen. Und ich finde es so etwas Schönes. Also weißt du, nur weil man mal länger nicht Kontakt hat, heisst es nicht, dass die Person weniger wert ist oder man sich weniger mag, im Gegenteil. sondern ich schätze es wahnsinnig, du bist so, meine Freundin lacht immer, weil ich sage, irgendwie alten Freund oder so. Alter Freund. Weil das ist so ein, weißt du, so ein baseldeutscher Begriff, wo man so sagt, ein alter Freund, er ist ein alter Freund von mir. Aber, aber ich empfinde es wirklich so und habe mega Freude, dass es dich gibt, in deiner voller Deppigkeit. Danke vielmals. Das ist mega schön. Ich denke, andere denken es vielleicht auch noch und die, die es nicht denken, da sind wir wieder da. Dennoch kann ich es eh nicht recht machen. Aber ich bin mega gefreut, dass ich da durfte kommen. Voll. Also ich denke, Scheibenmann, was da schon alles da gewesen ist. Hausi zum Beispiel, oder so. Wir sind fast auf Ehrenstufe mit dem Hausi-Leuten. Großartig. Vielen Dank. Das hast du, ich glaube, schon siebenmal geschrieben, der Hausi. Nein, das ist grossartig, grosses Kino. Das ist wirklich grander. Mir kam gestern, hat mir jemand erzählt, ich habe es leider noch nicht gesehen, wo noch beim Saxi-Luten hat es mir vor die Kamera gezerrt. Und dann hat er mir gesagt, was denken Sie, wir haben kurz misst und böckert. Ich denke, 15 Minuten. Und er sagt, das ist schon vorbei. Nein, nein, das ist schon vorbei. Das kann ja nicht sein. Und dann hat er irgendeine Bundesrepublik. Hey, der Typ, auch der Typ. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Nein, also eben, darum. Gut. Vielen herzlichen Dank, bist du hier gesehen. Danke für die Lade. Und danke Christoph. Bis ganz bald. Vor allem für die vielen Tattoos. Horizonterwitterer gewesen. Absolut. Boop, boop, boop. Boop, boop. Bis zum nächsten Mal.